Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe 404. Diese Sendung wurde nicht gefunden. Nein, Spaß. Mein Name ist René, außerdem heute Mitarbeiter Marvin. War aber sehr gut. War aber ein sehr, sehr guter Witz. Applaus dafür, mein Lieber. Hat mir sehr gut gefallen. Sehen Sie, Herr Hochmeister, so geht das. Außerdem mit dabei die Patricia. Hallo. Und der Dennis. Ja, servus, hallo. So, wir wollen heute wieder ein bisschen reden über Fußball, über einen Spielplan, über das Trikot, über Rückkehr der Fans in die Stadien. Und es hat sich auch wieder der ein oder andere Kandidat gemeldet und hätte gesagt, ich würde gerne auf eure Dummschwätzerliste kommen. Ich habe da ganz viel, was ich beisteuern kann. Also von daher werden wir da auch über den ein oder anderen Kandidaten heute reden dürfen. Anfangen möchte ich aber gerne einmal nochmal auf dieses Thema Support zurückkommen und möchte da zwei Leute erwähnen. Einmal den Ed Dom Waits, der uns mit einer grandiosen Spende die letzte Woche hier überrascht hat. Auch an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für deinen Support. Und die liebe Taunus Abdel, die natürlich auch dazu aufgerufen hat, andere Leute uns zu unterstützen. Und das müssen wir natürlich auch mehr als gut heißen, deswegen auch hier nochmal extra erwähnt. Super, vielen, vielen Dank. Das ist ganz ehrlich, ihr Lieben, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Danke euch. Das hilft uns sehr, hier dieses Projekt auch in der kommenden Saison am Leben zu halten und fortzuführen und mal gucken, was uns so vielleicht über die Saison hinweg noch einfällt. Bevor wir jetzt über die neue Saison reden und über Spielplanen, müssen wir ja noch über das reden, was jetzt da die Woche passiert ist, was ja eigentlich noch zur alten Saison gehört. Das ist ja in der heutigen Zeit so ein bisschen schwierig zu trennen. Denn die Eintracht hatte das Rückspiel in der Euroleague gegen Basel, wir erinnern uns alle, das Hinspiel war dieses Spiel, was eigentlich hätte auch schon nicht mehr stattfinden dürfen, wo dieses Heckmeck war mit Zuschauer, ja, nein, vielleicht. Wo die Eintracht dann 3-0 untergegangen ist und man hatte so die leichte Hoffnung, dass man das vielleicht umdreht. Hütter hat sich ja auch, wie wir letzte Woche auch besprochen haben, am Anfang oder im Vorfeld kämpferisch gegeben. Und wenn ich diese Aussage vergleiche mit dem, was ich 90 Minuten der Eintracht da auf dem Platz gesehen habe, dann haben die das Interview von Hütter, glaube ich, nicht gelesen, oder? Findest du tatsächlich? Also ich muss sagen, man hat schon gemerkt, dass die Eintracht das Spiel machen wollte. Die haben auch viel versucht. Basel hat es sich natürlich sehr einfach gemacht, sehr auf Defensive gestellt, ist uns einfach nicht viel eingefallen. Die Chancen, die wir hatten, ist natürlich dann auch ärgerlich, dass wir es dann nicht diese Präzision hatten. Ich erinnere mich noch an einen Kopfball, glaube ich, von Hinteregger und auch Dost kam nochmal, auch gerade in der ersten Halbzeit gut zum Tragen. Wen ich hier auf jeden Fall auch nochmal herausheben möchte und sagen muss, wow, super Leistung. Trab, perfekt, wirklich. Also hat er wirklich richtig, richtig gute Leistung gezeigt. Aber René, kann ich nicht ganz mitgehen, dass ich fand, dass sie nicht versucht haben, die 3-0-Bürde irgendwie aus dem Hinspiel da nochmal rumzudrehen. Aber da ist natürlich, erstens muss man wirklich sagen, Basel hat es defensiv zu gut gemacht und uns ist dann doch ein bisschen zu wenig eingefallen. Aber ich fand jetzt nicht, dass wir denen den Vorwurf machen können, sie hätten nicht gekämpft oder sie hätten nicht versucht, zumindest dagegen anzulaufen. Gerade, ich glaube, Anfang der zweiten Halbzeit waren ja dann auch nochmal so drei, vier Situationen. Es kam halt einfach nicht das Zwingende bei rum. Ein Tor hätte viel früher fallen müssen, um es nochmal spannend zu machen. Da gehe ich voll mit dir mit. Und dass am Ende dann die Körner fehlen, um, ich sage mal, da wirklich noch was Entscheidendes zu machen. Dann verlierst du das Spiel natürlich noch, was ärgerlich ist. Aber im Großen und Ganzen, ja, bin ich jetzt nicht so negativ eingestellt im Sinne der Leistungsforderung oder des kämpferischen Leistens der Eintracht. Geht denn die anderen zwei auch damit? Ja, also ich kann dir da zustimmen, weitgehend, weil ich bin jetzt auch nicht so krass enttäuscht, weil ich auch, glaube ich, von Anfang an nicht so viel erwartet habe. Also ich finde, es hat ein bisschen gewirkt wie so ein Testspiel, was ja auch von der Zeit her eigentlich passt, jetzt so direkt nach dem Urlaub. Und ja, war halt jetzt ein Pflichtspiel. Man hat jetzt darauf spekuliert, dass Basel vielleicht müde ist aus der Liga. War jetzt nicht so der Fall. Also die waren dann halt im Endeffekt doch recht frisch, haben gut verteidigt. Und es hat ja eigentlich auch gereicht mit dem Ergebnis aus dem Hinspiel. Also die mussten sich da jetzt auch gar nicht so krass reinwerfen. Und ja, deswegen, alles in allem ist halt die Spekulation nicht aufgegangen, dass man da jetzt irgendwie auf die Müdigkeit hofft. Und ja, war halt im Endeffekt ein Testspiel, was ein Pflichtspiel war. Es ist genau das. Ich muss sagen, ich war kurzzeitig traurig, ganz klar, weil ich mich, und wir haben es ja auch letzte Woche schon mitbekommen, ich habe mir natürlich selbst in diesen Rausch geredet. Ich will natürlich dann, ich will das natürlich dann schon noch. Und denke mir, es könnte ja passieren und mit ganz viel Glück. Und die Eintracht, wir haben sie im vorletzten Jahr im Europacup ja schon kennengelernt. Die kann sowas. Ich erinnere an das Ding, was wir dann halt einfach mal umgebogen haben gegen Lissabon. Natürlich sind die Vorzeichen ganz andere. Und das ist ja auch vollkommen okay. Aber der Eintracht ist ein Verein, fühlt es magisch manchmal. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht könnte es klappen. Es hat nicht geklappt. Aber das Spiel ging ja tatsächlich nicht in Basel verloren, sondern, wenn wir ganz rational das betrachten, im Hinspiel. Und das war halt unter Scheiß Vorzeichen. Das muss man auch mal sagen, es ist Kacke gewesen, dass wir einer der Vereine waren, die plötzlich damit konfrontiert wurden, ohne Fans zu spielen. Und da wussten die Spieler auch gar nicht genau, was machen die jetzt. Das war für die auch eine ungewohnte Situation. Im Endeffekt waren das vielleicht sogar irreguläre Bedingungen, weil du überhaupt keine Zeit hattest, dich dann irgendwie so drauf einzustellen und so. Schwierig gelaufen, für uns extrem blöd. Und dann verlierst du so ein Spiel, was du tatsächlich noch hättest höher verlieren können. Also die sind mit dem 3-0 fast noch gut weggekommen, wo du überhaupt nicht auf dem Platz warst. Ja, und dann war es einfach schwierig, noch mal ranzukommen. Trotzdem muss man natürlich auch sagen, ohne das überzubewerten, wir sehen natürlich auch, dass sich im Spiel der Eintracht ein bisschen was verändern muss. Denn offensiv war es bis zum 16er okay, aber was die dann irgendwie dann machen wollten, so auch kreativ und im Abschluss, da hat es leider irgendwie gefehlt, oder? Ich fand aber auch, dass es im Mittelfeld, hat es mich auch teilweise so ein bisschen genervt. Mir hat halt im Mittelfeld auch jemand gefehlt, der mal einen etwas anderen Blick für das Spiel hat und erkennt, dass dieses, wir haben ja sehr oft dann tatsächlich in dem Spiel mal, war zumindest meine Wahrnehmung, versucht, über die Mitte zu spielen, die aber ja komplett zu war und auf den Außen ist halt nichts passiert. In Kostic und in Da Costa sind da hochgerannt und haben auf den Ball gewartet und es hat keiner den Ball da auf die Außen gespielt. Also mir hat halt tatsächlich der kreative Punkt mit irgendwie ein bisschen Überblick für das Spiel und auch mal mit so einer Entscheidung, um den Gegner zu überraschen, im Mittelfeld tatsächlich gefehlt. Also das ist jetzt auch eher nicht überraschend, also eigentlich wäre es nicht überraschend gewesen, trotzdem hat es mich am Ende wieder geärgert, aber ich hätte mich ja eigentlich schon gedanklich darauf einstellen können, weil den hatten wir ja noch nie. Und das hat halt auch wieder gezeigt, dass die Leute, die wir für diese kreative Offensivkraft haben, vielleicht noch nicht in der Lage sind, Klammer auf, vielleicht aber auch nie werden, wir wissen es nicht, Klammer zu, das eben nicht nur in speziellen Momenten zu haben, sondern halt auch mal in so nervigen Spielen und über 34 Spieltage in der Saison. Und das ist das, was ich da jetzt rausgenommen habe für mich. Und ich hoffe sehr, dass die Entscheider bei der Eintracht das auch sehen, weil wir haben ja noch ein bisschen Transferfenster. Das ist noch eine ganze Weile, aber du sprichst an, das ist ein Punkt, der verändert werden muss. Die Frage ist nur, wie kann es verändert werden? Und Patrizia, will ich dich mal fragen, siehst du das auch genau? Also wo siehst du die Probleme bei der Mannschaft? Siehst du eher im Mittelfeld, eher im Sturm? Ist es genau diese Schnittstelle? Oder worum würdest du aktuell die Probleme ausmachen? Und wenn du Geld hättest, selbiges in die Hand nehmen für welche Position? Ja, es ist halt tatsächlich irgendwie diese Schnittstelle, habe ich das Gefühl. Also es ist beides ein bisschen problematisch. Es sind genau die Probleme, die wir auch die letzte Saison gesehen haben, hat man in dem Spiel perfekt gesehen. Es fehlt halt einfach so die Kreativität aus dem Mittelfeld heraus, überhaupt Ideen zu finden, um die Abwehr unter Druck zu setzen. Ich sehe jetzt, ich finde gar nicht, dass wir unbedingt schlechte Stürmer haben. Ich finde nur, dass sie nicht wirklich gut in Szene gesetzt werden. Deswegen, klar, in Rechtsaußen haben wir jetzt schon, weiß nicht, tausendfach gesagt, dass wir das brauchen, dass du ein Pendant zu Kostic hast. Aber auch tatsächlich, weiß nicht, irgendwas für das offensive Mittelfeld zentral, weil da kommt halt zu wenig. Und wenn man sieht, dass Core teilweise unser bester Spieler nach vorne war, also no offense, aber das kann es halt nicht sein, dass so ein Abräumer eigentlich nach vorne der kreativste Spieler war. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Dennis, hast du auch so gesehen? Genau, da wollte ich eigentlich auch genau da anpacken, dass Core ja wirklich ein ordentliches Spiel gemacht hat, der ja viel Kritik hier schon einstecken musste. Ich muss sagen, auch dieses Schnittstellen, auch die Lücken zwischen den Reihen, irgendwie hat es dann teilweise einfach nicht so gepasst. Und Kamada, ihr habt es schon angesprochen, auf der Position, klar, da fehlt es ein bisschen auf der rechten Seite. Marvin, du hast so schön gesagt, wo müsste man Geld investieren? Ich finde, das kann tatsächlich an einem Spieler liegen, der hier eine entscheidende Rolle spielt, nämlich diese Position. Kamada ist, meine ich, da in der Hinsicht eine Schlüsselposition. Klar, über Rechtsaußen haben wir schon gesprochen. Da brauchen wir jemanden, der einfach ein bisschen mehr Gefahr, auch über Flanken und so weiter, dann reinbringt. Aber dieses, ich ziehe mal die Abwehr ein bisschen raus, ich ziehe die Abwehr an mich ran. Klar, Kamada probiert das immer mal, aber so wirklich funktionieren und das dann was Kreatives oder ein schöner Schnittstellenpass dann wirklich bei rumkommt. Da muss man wirklich sagen, da hapert es ordentlich. Und auf der anderen Seite, nach hinten, wenn du dann schaust, klar, Rode macht da ein gutes Programm, ein Chor. Patrizio, hast du schön gesagt, der Abräumer, der bringt am meisten Kreativität oder am meisten Zug zum Tor nach vorne. Das darf eigentlich so nicht sein. Muss eigentlich auch an der Stelle nochmal geschaut werden. Es sind dann diese Lücken, aber irgendwann kam ja dann dieser Wechsel, was zur Halbzeit, Hasebe für Endika, wo man ja auch sagen muss, okay, was genau wird da versucht? Ist es dann doch wieder sowas Liberotechnik? Was fehlt da? Welche Schnittstellensituationen, welche Schnittstellenspieler werden eigentlich gebraucht, um dem Konstrukt einfach erstens ein bisschen mehr Kreativität zu geben, aber auch dieses Auflockern, ein bisschen Flexibilität, weil das fehlt auch so ein bisschen. Klar, man hat es wieder gesehen, über die Außen ging da nichts, dann haben wir es natürlich über die Mitte versucht, was dann aber auch natürlich, haben wir ja im Spielverlauf gesehen, ganz selten mal zu einer gefährlichen Situation vorne kamen. Und die, die dann halt kamen, das ist halt dann wieder ärgerlich. Ich denke, da gehe ich auch mit euch, dass die Qualität der Stürmer passt, aber es muss natürlich schon so sein, dass die Stürmer auch ihre Chancen, die sie haben, dann eiskalt verwandeln. Das ist momentan ein bisschen, kann natürlich daran liegen, dass sie ein bisschen Spielpause hatten, dass einfach da nicht diese Routine drin ist. Hoffe ich einfach drauf, dass das in der neuen Runde sich dann mit einer ordentlichen Vorbereitung, jetzt können wir uns ja ganz in Ruhe auf die nächste Runde vorbereiten, das ist ja der Nachteil der Euroleague-Ausscheiden, ist ja dann wieder der Vorteil, jetzt kannst du wirklich alles in Ruhe und automatisieren und Automatismen mit einspielen und so weiter und so fort. Dafür muss der Kader stehen, es muss Sicherheit da sein und dann kannst du, denke ich, Punkt-Duellspieler hinzufügen, denn unsere Achse, die funktioniert ja. Und jetzt müssen wir einfach gucken, gibt es denn Spieler, die du, Marvin, speziell, wo du sagst, Positionen, da muss ausgetauscht werden oder bist du eher ein Systemtyp, der sagt, das System passt nicht? Also ein Austauschen, ich sehe es ganz genauso wie du, weil wir müssen natürlich auch immer ein bisschen die Luft aus der Diskussion insofern nehmen, dass es jetzt ein Spiel ist nach einer Woche Training, ja, das war eine andere Voraussetzung, Basel war enorm gut in Form, muss man auch sagen, denen hat es gar nichts ausgemacht, dass die gerade so viele Spiele gemacht haben, für die waren die, der dritte Platz in der Liga relativ safe, die haben auch gezeigt, dass sie diese Qualität haben, auch zu Recht, die Runde weitergekommen sind, das konnten wir natürlich in dem Maße nicht so zeigen, aber man muss auch sagen, wir sind halt erst eine Woche im Training gewesen, dafür sah das okay aus, es war ein besseres Testspiel, wenn man es so bewertet, sieht man tatsächlich aber, dass wir, und das ist auch ganz natürlich, wir haben vor einiger Zeit drei absolute Granaten gehen lassen müssen und haben Spiele dazu bekommen, die gut sind und teilweise Potenzial haben, aber halt nicht die Killer sind, ne, und wir haben halt, Bastos ist aktuell halt kein Killer, Kamada ist jemand, der auf der Bewegung ist oder sich dazu bewegt, immer besser zu werden, aber halt auch noch nicht der Unterschiedsspieler halt ist und dann, Silber kann an Tagen genau dieser Knipser sein, aber ist es halt nicht konstant und dann hast du halt Tage, wo du dir denkst, in der 45. Minute, meine Güte, Bastos, der Kopfball muss halt immer drin sein und wenn das Ding drin ist, dann sieht es halt auch wieder anders aus, aber das sind halt so Momente, da kriegen wir es einfach nicht hin und dann ist es aber, abgesehen davon, es ist halt tatsächlich so, dass wir dann halt sehen, dass wir im Aufbau, offensiven Aufbau, zu ausrechenbar sind und dementsprechend aktuell nicht diese kreative Notwendigkeit beziehungsweise wir haben nicht die Fähigkeit, das Spiel so zu gestalten, damit wir ein bisschen weniger ausrechenbar sind. Das heißt, wir müssen in der Offensive, in dem offensiven Mittelfeld, Achter, Zehner müssen wir nachlegen und das ist nicht, damit will ich gar nicht gegen Kamada sein, sondern ich will tatsächlich, dass er jemanden zur Seite bekommt, mit dem er tauschen kann. Vielleicht kann ja Kamada dann nochmal andere Spielsysteme probieren, aber für mich ist es so, wenn die Eintracht sich qualitativ weiterentwickeln will, muss man auf der Achterzehner-Position jemanden holen, der sofort einschlägt und dann dieser Unterschiedspieler sein kann, der dann aber auch vielleicht mit Silva dann zusammen noch besser funktioniert, ihm noch bessere Vorlagen liefern kann, damit die Offensivbewegung auch zu mehr Toren führt. Das ist für mich das A und O. Und gleichzeitig muss der ganze Rest des Kaders, den wir momentan haben, einigermaßen Bestand haben, sonst wird es wieder ganz anders aussehen. Ja, da hatten wir ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen, dass wir, wir haben ja so ein paar Spieler, die einfach immens wichtig für das Spiel und den Erfolg der Eintracht sind und wir brauchen da einfach auch diese Konstanz und diese Spieler, weil es wird schwierig werden, da adäquate Alternativen zu finden. René, ist das denn bei dir? Hast du denn hier eine Position, wo du sagst, das ist der Klassiker, auch diese Achtzehner-Position oder sagst du, wir müssen viel weiter hinten anfangen? Ja, das geht genau in meine Richtung. Ich wäre tendenziell eher, also ich finde, das hat sich ja auch in dem Spiel wieder gezeigt, Beginn zweiter Hälfte, du hast einen Hasebe, der eingewechselt wird, der halt so diese Kreativität aus der Tiefe bringt, als Ballspiel in der Innenverteidiger oder so als, ja, würde ich wahrscheinlich so als zurückgezogenen Spielmacher, also auf der Sechser-Position, so ein bisschen vor der Abwehr, immer noch in der Defensive unterwegs, aber halt eben schon auch aus der Tiefe raus mit Blick aufs Spiel, damit sich dann eben auch in Kamada und so weiter da vorne mal in die Lücken bewegen können. Mir wäre tatsächlich die Kreativität erst nach der, oder erst in der gegnerischen Hälfte wäre mir tatsächlich zu weit vorne und ich finde, Hasebe macht diesen Job halt nach wie vor gut, aber wir müssen halt auch bedenken, der ist halt irgendwie, weiß ich nicht, 89 oder irgendwas, den können wir jetzt nicht irgendwie noch Ewigkeiten mit dem Rückstock dann da aufs Spielfeld bringen, also, da fehlt es mir so ein bisschen, das wäre so eine Position, an die ich jetzt irgendwie rangehen würde, ich könnte mir vorstellen, dass Hinteregger in so eine Richtung irgendwie gehen kann, aber den brauchst du halt auch hinten in der Defensive als derjenige, der halt dann auch einfach mal dahin geht und im Zweifelsfall brauchst du ihn vorne zum Tore schießen, weil es halt auch ansonsten irgendwie keiner da vorne hinkriegt. Dann will ich dich fragen, du sprichst an, vollkommen richtig, was hältst du denn davon, dass ein Spieler, der letzte Woche von Patizia schon angesprochen wurde mit Ndika, dass wir diesen Spieler vielleicht sogar weiter nach vorne entwickeln, der ja selber offenbare Interesse hat. Der ja selber sagt, irgendwie er fühlt sich auf der Sechserposition irgendwie am liebsten und wenn man sich nachgeguckt hat, der war jetzt gegen Basel ja eigentlich auch wieder so ein bisschen auf dieser Linksverteidiger-Position, also da ist er halt total verloren. Das ist nicht seine Position, das merkst du halt einfach. Das wäre tatsächlich einer, wenn du dem ein bisschen Zeit gibst, der hat eine gute Übersicht, der kann extrem geile Pässe spielen, wenn du dem mal so ein bisschen das Vertrauen gibst und ihn da in diese Rolle reinbringst, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das einer ist, der das machen kann. Dann ist halt wiederum die Frage, wer spielt halt bei uns der Linksverteidiger, weil der Zuber will das ja nicht machen. Aber wäre das vielleicht echt eine ganz gute Sache zu sagen, okay, in einer Übergangssaison, wo wir vielleicht einen Kader irgendwie neu konstruieren müssen, wäre das eine Idee, ihn genau diese Position öfter spielen zu lassen, damit wir dann einen Mehrgewinn insofern haben, dass er dann diese Möglichkeit hat, auch da zu spielen und vielleicht können wir ihn dann noch weiter kultivieren. Ist das eine Idee? Ich finde das eine extrem gute Idee. Ich meine, es passt ja alles. Wir haben diese Umbruchssaison, oder vielleicht noch nicht, da müssen wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Er hat mit Hasebe noch für ein Jahr jemanden dabei, der extrem viel Erfahrung auf dieser Position hat, ihm jede Menge Wissen irgendwie vermitteln kann. Er bringt meiner Meinung nach alle Anlagen dafür mit. Er sagt selbst von sich, das ist die Position, die er spielen will. Wenn nicht jetzt, wann dann? Finde ich auch. Patricia, wie siehst du das? Ja, ich frage mich halt, ja, inwiefern wurde das schon ausprobiert, mal im Training oder so, weil ich weiß nicht, der Trainer müsste doch eigentlich von den Präferenzen der Spieler wissen, der Austausch muss da sein. Hat man das einfach nicht als nötig angesehen, weil wir eigentlich recht viele defensive Mittelfeldspieler hatten? Oder hat das halt einfach nicht so gut geklappt, wie man sich's vorgestellt hat? Und deshalb wurde das jetzt auch gar nicht umgesetzt. Ich weiß halt nicht, ob die Qualität dann wirklich stimmt oder ist das einfach nur ein Wunsch von Dika und er sagt, hey, ich fühle mich da wohl, aber er kann's halt doch nicht so gut, wie man's erwartet? Oder war halt einfach die Not nicht da und deswegen hat man's nicht ausprobiert? Das ist halt meine Frage. Ich weiß halt nicht, inwiefern er das wirklich kann, aber wenn er's von sich behauptet, dass es seine liebste Position ist, dann wird er da ja wohl irgendwie was liefern können. Das ist ein interessanter Punkt auch, inwieweit wurde er in der Kaderplanung für welche Position geholt eigentlich und wann findet dann so ein Umdenken auch bei den Verantwortlichen statt, die natürlich den Kader auch entsprechend anpassen müssen, denn, ihr habt's gerade richtig gesagt, wenn Dika, ich sag ich jetzt mal auf der 6 rumturnt, dann haben wir ja eine eklatante Schwächung auf der Linksverteidiger-Position. Das heißt, wir müssen da auch schauen, was, vielleicht ist es tatsächlich momentan dem geschuldet, wir haben hinten wirklich eine eklatante Schwächung oder eine Position, die tatsächlich relativ schwach besetzt ist und haben vorne, ja, auf der 6er-Position, natürlich ist halt Sebe nicht diese, eigentlich nicht die klassische 6er-Position, das ist uns auch allen klar, ich denke, dafür brauchst du dann auch als Verantwortlicher mal die Eier da, ja, so diesen Schritt zu gehen, okay, wir versuchen das jetzt wirklich mit einem Dika, der natürlich auch dann viel Zeit braucht, das heißt natürlich gleichzeitig, Halsebe dürfte sehr wenig Spielzeit nur noch erhalten, denn auch ein Dika braucht Eingewöhnungszeit, der Spieler braucht Wettkampfzeit, weiß ich nicht, ob das vielleicht auch momentan so der Hemmschuh war, dass gesagt wurde, oh, Halsebe, da wissen wir, was wir haben, der ist solide, der meckert sowieso von seiner Situation her nicht, aber es wäre verschwendet, ihn nicht zu setzen, wenn er fit ist, was aber natürlich dann bedeutet, wenn ein Dika dann mal kurz nur spielen kann und beim nächsten Spiel, wenn ein Hasebe wieder fit ist, das bringt uns ja auch nicht weiter, sondern es muss ja dann konsequent durchgezogen werden, vielleicht hat uns das auch bis jetzt das, ja, sozusagen enthalten und Endika auf der linken Position gesetzt, jetzt muss man natürlich schauen, wer würde denn dann, wenn wir jetzt Endika mal da rausrechnen würden aus dem Verbund, haben wir doch wirklich hinten in der Abwehr dann langsam Probleme, oder? Wie seht ihr das denn? Wie würdet ihr es denn dann stellen? Oder würdet ihr Endika in die Mitte einfach stellen? Und etwas vorgezogen, so diese Dreier-Fünfer-Kette? Tja, guter Punkt, guter Punkt, also normalerweise... Du müsstest, glaube ich, dann schon so ein bisschen eher so auf Richtung Vierer-Kette dann wahrscheinlich wieder gehen, wo wir ja sowieso über kurz oder lang eigentlich hinwollen. Ja, guter Punkt. Dann lässt du ihn entweder vor der Abwehr spielen, dann brauchst du halt wirklich da jemanden oder du lässt ihn halt als aus der Abwehr heraus, dass du halt sagst, okay, gegen den Ball Vierer-Kette und in der Offensive dann vielleicht halt eher so auf eine Dreier-Kette, dass er dann da halt ein bisschen rausrückt. Du brauchst dann halt jemanden, der sowohl dann auf links gegen den Ball oder halt in der Offensive dann halt so ein bisschen mehr auch in der, in seiner Dreier-Ketten-Formation spielen kann. Also es bleibt halt nach wie vor so eine Stelle, wo du sagst, da haben wir vielleicht noch nicht so den ganz optimalen Spiel dafür. Das Ding ist, am Ende müssen wir überlegen, was wird das für eine Saison und je nachdem, was es für eine Saison wird, müssen wir auch mit gewissen Situationen arbeiten und die auch durchprügeln. Also wenn wir sagen, okay, wir bauen jetzt auf einen Dicker, sei es jetzt als defensiver Mittelfeldspieler oder sei es in der zentralen Position, dann wird es irgendwann so laufen, dass wir irgendwann das Gefühl haben, naja, eigentlich wäre es ja schon irgendwie cooler, wenn wir jetzt jemanden hätten, der sofort funktioniert, weil vielleicht muss ich auch ein Dicker auch wieder erst neu in diese Situation finden, aber dann müssen wir dann sagen, okay, wir brutalisieren das jetzt durch, jetzt gegen Badel ist er ausgewechselt worden und dann kam Hasebe, Fakt ist, aber dann muss ich halt ein Dicker einfach durchspielen lassen und dann wird es auch ein Gewinn. Tatsächlich ist es halt, das kommt halt drauf an, es kommt so viel drauf an und deswegen ist es natürlich jetzt ein bisschen Kaffeesatz lesen, was will die Eintracht in dieser Saison noch und dann, wenn wir jetzt mal wegkommen, also ich meine, wir haben jetzt das Spiel gesehen und ehrlich gesagt können wir es jetzt abhaken, es ist traurig, dass es nicht geklappt hat, aber es ist auch gleichzeitig okay und realistisch, oder? Haken dran, auf jeden Fall. So, und wenn wir das jetzt abhaken, dann müssen wir sagen, was halt im Endeffekt schade ist, wir sind jetzt nach zwei Jahren zum ersten Mal aus dem Europacup ausgeschieden, ja, also es waren ja zwei grandiosen Jahre, die wir hier verlebt haben in Touren, was weiß ich, sei es auf Zypern, sei es in Lissabon gewesen, mehrfach in London gewesen, da war schon ein richtig viel geiler Scheiß dabei und das jetzt nicht zu erleben ist traurig, aber andererseits als alterer Frankfurt kann man auch froh sein, dass man so zwei Jahre, also zwar auch viele geile Heimspiele, Patrizia erlebt hat beispielsweise, bei wie vielen, du warst ja auch bei vielen Heimspielen dabei, die Choreos allein, wie unfassbar das immer war, oder? Es war halt schon, ich stand da halt immer und hab mir gedacht, okay, du wusstest, also ich hab mich versucht zu zwingen, das noch krasser aufzusaugen, als man es eh schon tut, weil man sich immer in Erinnerung rufen musste, okay, das endet irgendwann, aber man will es ja nicht wahrhaben und irgendwie von jedem Spiel hab ich gedacht, okay, das könnte jetzt das Letzte sein, was wir auf lange Zeit erleben und jetzt war es halt erst mal, also das gegen Basel war jetzt erst mal das letzte Spiel, okay, jetzt nicht vor Ort, was heißt, das letzte Spiel vor Ort war Salzburg oder was war das? Nee. Das letzte Spiel vor Ort war Salzburg, ja genau. Ja, das war das allerletzte Spiel, das war das allerletzte Spiel, was wir so wirklich, ja, wo wir einfach so wirklich Europa Cup erlebt haben, noch live und in dem Moment hat man das irgendwie auch noch nicht so realisiert, also man sagt sich jedes Mal, hey, das könnte das letzte Spiel sein, genießt das, aber irgendwie ist es dann immer weitergegangen und jetzt ist es halt vorbei, was einerseits traurig ist, andererseits realisiert man jetzt erst so richtig, was das für ein Ausmaß hatte alles, also es war schon krass, so, ja, durchatmen und Geld sammeln für die nächsten Touren, ja. Ja, tatsächlich und bei mir war es ja immer ein Kampf um die Tickets, weil ich diese Dauerkarte quasi nicht bekommen habe, also in der ersten Runde schon, das war safe, das war auch dann entspannt, ja, in der zweiten Runde dann nicht und dann war es halt immer, okay, wer hat ein Ticket, wo komme ich in diese Warteschleife rein für die Resttickets und das hat bei den Heimspielen dann immer geklappt, war ich auch sehr froh drum, aber, ja, das war halt immer so ein aufregendes Ding irgendwie, weiß nicht, man stand so ständig unter Strom, weil immer irgendwas mit Europacup war. Naja, das ist jetzt erstmal vorbei, aber war ja trotzdem halt eine schöne Zeit und man hat das ja auch in Erinnerung, wahrscheinlich auf ewig, also, ja, mal sehen, wie es weitergeht. Es ist halt schon krass, am Endeffekt, was für eine Zeit es gewesen ist, dann wirklich auch, auch dieses Gefühl, dieses besondere Gefühl zu haben, ich meine ganz ehrlich, wie viele geile Europacup-Schlachten hatten wir, wenn ich darüber nachdenke, dieses unfassbare Heimspiel, als eines von vielen, wo wir dann Elissabon dann noch mit 2-0 weggehauen haben, genau das Ergebnis, was wir brauchten. Das sind Spiele, die werde ich in all meiner Zeit, auch allein die Heimspiele, nie vergessen, zu schweigen von den Auswärtsspielen, die wir beispielsweise auch schon viel bei Fußball 2000 besprochen haben. und da haben, ganz ehrlich, wo wir dann überall unterwegs waren, Chelsea auch, als Chelsea auch hier war, dass wir echt auch eine realistische Chance einfach hatten, ja, wie krass ist das, ja, wir haben Inter Mailand weggehauen, ja, Grüße nach Leverkusen, so, ja, also, alles so Dinge, die wirklich funktioniert haben und dann auch der schwierige Weg, ja, in diesem Jahr, wo du wirklich ganz hinten angefangen hast, du hast die Ochsentour mitgemacht, du bist in alle Qualifikationsrunden gegangen, du hast, du warst in Tallinn, wir waren in Waduts, wir haben Straßburg nach einem schwierigen, eigentlich schlechten Hinspiel, haben wir noch mit einem unfassbaren Fight, haben wir gewonnen, sind eingezogen in die Europa Cup, Qualifikation, Runde, hier wieder die Gruppenrunde und so weiter und so fort, also richtig geil, mega Dinger, die wir auch dieses Jahr wieder erlebt haben, auch wenn das natürlich wesentlich rockiger war und ich meine, letzte Saison sind wir komplett durch und das war ein Clean Victory, wo wir jedes Spiel einfach in der Gruppenphase gewonnen haben, diesmal alles anders, aber selbst dann haben wir es den Bullen aus Salzburg noch gezeigt, so auch geil, wir haben den komplett die Hörner klein gemacht, richtig gut, also das ist die Eintracht und das waren richtig geile Momente. Ja, auf jeden Fall Marvin, kann ich mich nur anschließen, sehr gut, ja. Aber was macht es denn dann jetzt mit der nächsten Saison, auf was müssen wir uns denn da jetzt einstellen, Marvin, du hattest bei Fußball 2000, da hatte mich der Benedikt auch gerade eben nochmal drauf angesprochen, dass wir das vielleicht nochmal anpacken sollen, hast du diesen Hannover-Vergleich gebracht. Müssen wir uns da jetzt Angst machen oder siehst du das eher so als, vielleicht möglich, aber eher mit so einem kleinen, ganz kleinen Prozentsatz? Das Problem ist, ich sehe so viele Dinge, die momentan nicht klar sind und bei denen ich vom Blick auch noch keine Klarheit habe, denn das große Problem, die große Unbekannte, ist tatsächlich noch die Corona-Sache. Denn dadurch, dass es halt wirklich weniger Fans gibt, die nicht ins Stadion können, Einnahmequellen der Eintracht aktuell auch gar nicht möglich sind, also abgesehen von den Fans, du hast das Catering nicht, wir werden ja gleich darüber sprechen, wie lange Fans vielleicht nicht ins Stadion können, das ist ja ein anderer Punkt, aber dadurch, dass ja jetzt schon ein bisschen was verloren gegangen ist, ein markanter Teil und die Eintracht ja jetzt das Stadion ja dementsprechend auch vermieten muss und auch da im Sommer, und ihr wisst doch alle, wie es ist, im Sommer würden ja lauter Konzerte stattfinden, das heißt ordentlich Gewinn für die Eintracht, das findet alles aktuell nicht statt, damit hast du nicht geplant und das heißt, du hast trotz dieser finanziell guten Ausgangslage im letzten Jahr, wo du viele gute Spieler verkaufen konntest, bist du plötzlich wieder in einem Feld, wo du sagst, okay, scheiße, das ist echt gerade schwierig und wir wissen gar nicht so genau, wen können wir holen und dann hast du halt im Gegensatz zu diesen elendigen Vereinen, die unfassbar viel Geld haben und eh mit keinen Zuschauern planen, hoffenheim plant eh nicht mit Zuschauern, die drei Fans, die die haben, whatever, so Red Bull macht schlimmerweise eine gute Arbeit, aber auch die planen, denen ist es scheißegal, was sie da raushauen, ja, finanziell, also das heißt, du hast dann schon Wettbewerbsnachteil, und dadurch, dass dir halt diese Fans flöten gehen und dass dir diese Einnahmen flöten gehen, bin ich momentan halt total unsicher, in welche Richtung es geht. Ich kann es nicht sagen, momentan ist es alles zu neblig für mich. Ja, verstehe ich, also es ist schwierig zu greifen, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das jetzt nochmal so eine, eigentlich auf der einen Seite, und das wäre das Positiv, was ich sehe, es könnte eine gute Saison werden, wo Erwartungshaltung so ist, dass du halt auch wirklich mal diesen Umbruch, in dem wir uns ja jetzt schon ein bisschen länger befinden, mal vollziehen können. Wir haben die Möglichkeit, uns jetzt wirklich in der Vorbereitung auch mal auf die Vorbereitung der Bundesliga zu konzentrieren und müssen nicht wieder irgendwelche Qualifikationsspiele machen, sondern wir können wirklich mal darauf eingehen. wir müssen uns aber halt auch im Klaren sein, das war ja das, was du vorhin auch angesprochen hast, das bedeutet halt auch, dass es vielleicht an manchen Stellen halt erst schlechter werden muss, bevor es am Ende halt auch wirklich besser wird und dass wir halt auch mal durchhalten, ein System, was wir spielen wollen, was aber vielleicht nicht von Minute eins an funktioniert, halt auch einfach mal fünf, sechs, sieben Spiele durchzuziehen, genauso wie Spieler, wenn wir wollen, dass die auf dieser Position spielen, da halt auch spielen zu lassen. Das wird nicht schön, aber da müssen wir halt auch irgendwie durch. Ja, stimmt schon. Also ich sehe das auch, also ich sehe diesen Punkt, dass es eine Chance ist, sich einfach mal vorzubereiten, den Kader vielleicht auch mal ja an die Systeme zu gewöhnen, die der Trainer dann letztendlich auch wirklich vorhat. Das ist ja das so Zwischentür und Angel schwer umzusetzen immer. Jetzt hat man die Zeit, man hat die Ruhe vor allen Dingen. Ich sehe da aber halt so ein paar Bedingungen. Also ich finde die Spielertransfers auch. Also du musst schon ein gewisses Gerüst halten können. Du musst aber vor allen Dingen gucken, dass die Spielertransfers möglichst schnell vonstatten gehen. Also jetzt ist es gerade schwierig. Klar, die meisten Vereine, also die meisten, aber einige Vereine spielen noch europäisch. Die werden jetzt ins Teufel tun, ihre Spieler abzugeben und dieses Karussell muss erst mal so ins Rollen kommen. Aber danach sollte man halt schon recht schnell, finde ich, handeln, weil am Ende holst du wieder alles last minute und dann bringt es dir auch nichts, dass du jetzt eine Vorbereitung hattest, wenn du das Spielermaterial in den ersten zwei Wochen vor Start bekommst. Und dann musst du die wieder den ersten, zweiten, dritten Spieltag während der laufenden Saison an alles gewöhnen und hast am Endeffekt auch keine Zeit gewonnen. Es könnte ja in dieser Saison sogar noch schlimmer werden, dass du im schlimmsten Fall die Spieler erst zwei Wochen nach Start kriegst, weil das Transferfenster ja erst zwei Wochen nach dem ersten Bundesligaspieltag tatsächlich aufhört, oder du verlierst halt Spieler, mit denen du eigentlich geplant hattest durch irgendeinen Last-Minute-Deal, der dann doch lukrativer war als gedacht. Und dann stehst du da, hast dein System irgendwie um Kostic herum aufgebaut. Klar, man soll sich jetzt nicht abhängig machen von einem Spieler, aber sagen wir mal, du hast dich da schon drauf verlassen und planst mit den Spielern und dann gehen die dann, weiß ich nicht, in der ersten Woche. Schwierig. Also da muss es halt schon echt gut geplant werden. Und auch generell, finde ich, die Gefahr besteht, dass man so ein bisschen dieses Ziel aus den Augen verliert, dass man sagt, okay, wir haben jetzt Zeit und wir können das in Ruhe aufbauen, dass man dann einfach nicht mehr so diszipliniert und bis sich dran arbeitet, halt weiterhin Richtung europäische Plätze zu spielen, weil halt die Konkurrenz auch nicht schläft. Also wir haben da schon Mannschaften obendrin, die haben deutlich mehr Budget, die arbeiten dann auch nicht mal so schlecht, was uns dann langfristig schon wieder ins Mittelfeld oder schlimmer verdrängen könnte. Also ich habe halt Angst, dass das so ein bisschen locker gesehen wird, von wegen, ach ja, Umbruchssaison, ein bisschen Ruhe tut uns auch mal gut. Da muss halt dann schon gut diszipliniert weiter daran gearbeitet werden und ich hoffe, dass man das jetzt nicht zu locker sieht. Gut, sehr gute Punkte, Patricia. Würde ich gerne noch mal zu zwei Sachen auch ja gerade einhaken oder gerade mich anschließen. Und zwar einmal das Thema, genau das habe ich auch gedacht gehabt, durch diese lange Transferphase. Du hast im Endeffekt, machst jetzt vielleicht eine sehr gute Vorbereitung. Spieler, die jetzt noch nicht so funktioniert haben, können in den ersten zwei Spielen jetzt noch mal ordentlich zeigen, was sie können und stehen auf einmal dann doch im Endeffekt so im Schaufenster natürlich auch in der Zeit. Das ist ja vorher auch noch DFB-Pokal und so weiter und so fort. Also man sieht schon, dass da der ein oder andere Spieler noch sehr attraktiv werden kann für den Markt und ja, das kann schon passieren, dass dann aus unserem Gerüst was rausgerissen wird und darauf musst du einfach vorbereitet sein. Jetzt komme ich aber eigentlich zu dem Punkt, der mir am meisten unter den Fingernägeln eigentlich brennt und zwar mit dem Trainer. Und da steht und fällt meiner Meinung nach alles mit. Denn wir haben beim letzten Mal schon drüber gesprochen, ist tatsächlich ein Hütter der richtige Mann um junge Spieler, um diesen Generationswechsel, um diesen Umbruch zu begleiten. Und das muss klar formuliert sein. Das muss klar sein, ob Hütter das überhaupt machen will und ob er es kann. Denn ich finde, die Situation jetzt bietet sich doch total an. Du wirst dieses Jahr nicht, also gehen wir mal, gehe ich zumindest mal von aus, nicht oben wieder um Europa mitspielen. Das heißt, du kannst jetzt mal probieren, zumindest wieder junge Spieler, gerade wie wir es letztes Mal auch gesagt haben, Spieler wie ein Endicker vom Format her. Oder natürlich Haller und Co., die auch in den ersten Saisons nicht wirklich so eingeschlagen haben. Das ist das, dass du jetzt mal wieder zwar ein gewisses Risiko, aber diese Perspektive mit reinbringst, die Spieler mit reinzuholen. Hat Hütter da drauf Lust oder hat er nicht drauf Lust? Wenn er keine Lust drauf hat, dann müssten wir uns jetzt eigentlich schon entscheiden, okay, das funktioniert nicht, wir brauchen einen Trainer, der da voll dahinter steht. Und dann kann man wirklich diese Saison, wo ich, ich habe da keine Erwartung zumindest, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich habe jetzt keine Erwartung, dass wir dieses Jahr da wieder oben mitspielen, dass wir am Ende Platz 5 brauchst du, glaube ich, diesmal für die normale Euroleague oder Platz 6, ich weiß jetzt gar nicht, wie ist denn das dann mit Euroleague 2 und so weiter, das ist ja noch chaotischer alles. Oh, du lieber Himmel. Ist doch, glaube ich, diese Saison dann. komplett vergessen, Europa League 2, das klingt schon wie, also so richtiger Käse. Mann, 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 ey, das habe ich schon wieder komplett verdrängt. Ey, ganz ehrlich, also ein Wettbewerb, der Europa League 2 heißt, ne, also, puh. Puh, die ist leiste Rampe. Es ist sicherlich ein paar Euro mehr in der Kasse, aber ob es uns weiterbringt, muss man dann auch schauen, wenn wir es mal spielen sollten. Aber darum geht es. Also ich finde, du hast jetzt die Chance, da auch wirklich strukturell was zu ändern. Der Kader muss schon ein bisschen auch ausgedünnt werden. Es sind Spiele dabei, die haben einfach keine Chance. Dann musst du aber natürlich sagen, wenn du den Kader so hast, mit beim letzten Mal, so im ersten Durchgang, wie viele Spieler? René, du hast doch beim letzten Mal gesagt, 33 Spieler, 32, 35 sogar. Ach, du jemini. Also da wirst du sehen, da muss auch ein bisschen ausgedünnt werden und vielleicht mit neun Jungen aufgefüllt werden. Und ist da Hütter der Richtige? Also das ist wirklich für mich die brandaktuellste und heißeste Frage, bevor wir überhaupt über dieses ganze System und nächste Saison und wie läuft das und was weiß ich ist, ist Hütter der richtige Mann um das Ziel, was ich hoffe, dass die Eintracht das hat, nämlich junge Spieler, wieder dieses typische wir schaffen Werte, wir haben Spieler, die vielleicht in der ersten Saison nicht so reinhauen, aber vielleicht dann in der zweiten, dann können wir auch wieder richtig oben angreifen. Die nächste Saison ist für mich eine Übergangssaison wieder und da muss man schauen, ist Hütter der richtige Mann oder geht ihr da gar nicht mit mit der Aussage? Also du stellst jetzt in Frage, ob Hütter der richtige Mann ist. Ich stelle in Frage, ob wir nicht jetzt mal Nägel mit Köpfen machen müssen, das heißt, mit Hütter dringend auch auszumachen und ich glaube, Hütter ist nicht der richtige Mann, um diesen Weg zu gehen, tatsächlich, das sage ich jetzt schon, weil ich meine, dass Hütter niemand ist, der junge Spieler unbedingt jetzt auf Teufel komm raus, da reinfördern will in ein System, ohne dass er dann jetzt die nächsten ein, zwei Jahre Erfolg hat. Hütter ist für mich ein Erfolgstrainer, Erfolgstrainer im Sinne von der wilden Erfolg und zwar jetzt sofort und ich glaube, dass wir uns das nicht leisten können. Du hast was Gutes angesprochen, Corona-Krise hat hier gerade so Vereine wie die Eintracht, die souverän gearbeitet haben, trotzdem so hart getroffen, dass wir wahrscheinlich wieder den Weg eher mit Perspektivspielern gehen müssen, um auf lange oder mittelfristige Sicht Erfolg zu haben. Kurzfristig müsstest du jetzt ein riesiges Geld in die Hand nehmen, was wir auch nicht können und nicht machen werden und das ist meiner Meinung nach das, was aber eher Hütter vertritt. Ich will jetzt Geld, ich will jetzt geile Spieler, damit ich vorne Gas geben kann. Weiß ich nicht, ob man dann nicht da die Frage stellen muss, Hütter, machst du das auch, wenn wir das und das als Plan haben? Wie weit sind da die Gespräche? Ich weiß es nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass da die Verhandlungen so haken. Aber lass mich noch mal genau da einhaken, lass mich da genau mal einhaken, denn die Sache ist ja tatsächlich genau das Problem. Ich würde schon sagen, dass Hütter tatsächlich jemand ist, der Spieler, das hat er in der Vergangenheit auch gezeigt, auch bei anderen Vereinen. Ich meine ganz ehrlich, bei Young Boys hat er das durchaus gezeigt. Da sind einige Spieler besser geworden, unter ihm viel besser geworden, die jetzt auch in der Bundesliga Fuß gefasst haben. Leider konnten wir nicht alle mitnehmen, aber ein Babu, der ist jetzt ein ordentlicher Bundesligaspieler, anderer auch. Also da ist schon viel, viel Qualität dabei. Die hatte auch mit, sag ich mal, Downs wieder hochgewuchtet, beispielsweise mit Jibbel Tso, der natürlich bei uns noch ein paar Probleme hat, aber der bei Young Boys wieder nach seinem Tief, nach seiner schwierigen Zeit in Gladbach wieder zu einem guten Spieler geworden ist. Also er kann das auf jeden Fall. Die Frage ist nicht, ob er es kann, glaube ich, die Frage ist, ob er es will. Da ist der Glaubenskonflikt gerade und genau daran hakt das auch, schätze ich mal, wie ist es möglich für ihn, weiter besser zu werden, weil ich glaube, er hat auf jeden Fall diesen Erfolgshunger. Inwiefern ist es mit der Eintracht vereinbar, mit einer potenziellen Übergangssaison? Also ich glaube, hier treffen Anspruch und zwangsläufige Wirklichkeit aufeinander, weil die finanzielle Situation eine andere ist als bei Top-Vereinen, die damit keine Probleme haben. Ja, ich bin da bei Marvin. Also auch bei der Eintracht hat er schon Spieler entwickelt. Also Jovic und Haller hatten unter Kovac jetzt noch nicht so eine krasse Rolle gespielt, sind dann zur Büffelherde unter ihm gewachsen. Eigentlich auch so ein bisschen aus Not heraus, ja komm, ich werfe jetzt alle rein, weil nichts lief bis dato. Aber trotzdem hat er dann erkannt, okay, das geht und er hat das dann weiterhin so fortgeführt. Auch Kostic hat quasi eine neue Position gefunden als Linksverteidiger, der bis nach vorne mit durchläuft. Und auch dort, der hat ja davor jetzt nicht ja mega geglänzt überall, wo er war, was aber vielleicht auch den Verein und deren Situationen geschuldet war. Dennoch hat er bei der Eintracht auch nochmal einen Schritt gemacht. Ich glaube, er kann das schon. Die Sache ist, wie Marvin meinte, will er das? Und ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, klar, es hängt stark davon ab, ob er bleiben will, ob er das tun möchte, ob er dieses Gerüst halten kann, dass er sagt, okay, ich habe eine Mannschaft, die im Grunde schon mal stabil ist. ich weiß auch nicht, ob das vielleicht so ein bisschen Druck auf die Verantwortlichen ausüben soll, seine ganzen Aussagen von wegen, ja, das ist nicht sicher, dass ich hier verlängere und ich will kein Ausbildungstrainer sein, bla bla bla, weil auch Kovac damals ja an die Öffentlichkeit gegangen ist mit anderen Themen, aber halt die Sanitäranlagen, die Kabinen, alles hat er auch vor der Presse angesprochen und dann hat sich was geändert und vielleicht denkt sich Hütter, okay, weiß nicht, es bringt intern nichts, das anzusprechen, dass er vielleicht, weiß ich nicht, mehr Budget braucht, mehr Freiheiten, ich weiß gar nicht, woran es dort hakt, aber vielleicht möchte er halt irgendwas durchsetzen, was halt über die Öffentlichkeit gehen könnte. Bin mir nicht sicher, ist Spekulation, aber ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, mal sehen. Ich halte ihn tatsächlich für sehr intelligent und ich glaube auch, dass er weiß, zu was für einem Verein er gekommen ist, was unsere Situation ist, wo die Eintracht herkommt, weil zum Teil sind die Ansprüche ja schon nach außen hin so, als wären wir jetzt irgendwie schon ein halbes Gladbach, was halt noch nicht der Fall ist. Also ich glaube, er ist sich da auch bewusst, was die Möglichkeiten sind, sieht aber wahrscheinlich auch Potenzial und möchte das halt so weit wie möglich rauskitzeln, könnte ich mir vorstellen. Ist meine Erklärung, ich, ja. Nein, dann passt Patricia auf jeden Fall. Ist natürlich immer die Frage, inwieweit tatsächlich er da Interesse hat, jetzt das dann so durchzusetzen, weil ich gehe da auch schon mit euch mit. Es ist, man hat viele Entwicklungen gesehen, man muss natürlich immer fragen, hat er da vielleicht auch mal von einem fremden Wein genippt, so will ich es mal ausdrücken, dass im Endeffekt die Spiele auch unter der Weiterführung von Kovac diesen Schritt auch gemacht hätten. aber auf der anderen Seite, klar, gehe ich da voll mit euch mit. Also es lief alles sehr gut und auch an vielen Stellen. Man muss einfach schauen, es nervt nur so ein bisschen, weil das ist genau das, Marvin hat es glaube ich vorhin auch schon gesagt, dieses, da sind so viele Fragezeichen und da werde ich wahnsinnig, weil wenn dann auch noch so ein Fragezeichen unter so einem Punkt steht, wo ich einfach nur denke, oh Mann, ja, dann kriegst du vielleicht einen Spieler, der dann, weil es erfüllt wird, dass eben doch noch ein ganz spezieller Spieler, der dann teuer ist, geholt wird, der bringt es aber dann gar nicht und dann, ja, sind wir wieder, spielen wir wieder unten mit und das ohne, dass wir Entwicklungen haben, sondern verbrennen noch Geld sozusagen. Also ich habe da einfach ein bisschen Angst, ist vielleicht völlig unbegründet und wir können uns hier nächste Woche, sagen wir dann, hey, cool, Hütter hat übrigens auch verlängert, dann ist ja alles super. Auf der anderen Seite muss man einfach jetzt schauen, denke ich, dass man die Strategie jetzt festlegt und da glaube ich, haben wir ja alle hier, die heute in der Runde auch sind, gleich das Gleiche sagen wollen, nämlich wir müssen heute die Entscheidung treffen und nicht erst in fünf Wochen und dann gucken und noch so Last-Minute-Transfers und so weiter. Ich glaube, das bringt uns dann nicht so weiter, wie wir uns das eigentlich wünschen. Das finde ich ganz gut, das finde ich ganz gut, genau das. Wir dürfen nicht vergessen, Hütter ist immer noch, das ist ja, das hat sich ja die letzte Zeit gezeigt, ein guter Trainer und wenn du dann auch guckst, wie die letzte Saison verlaufen ist, ey, am Ende haben wir eine ordentliche Platzierung, wir waren im DFB-Pokal-Halbfinale, wir waren wieder in der Europa League. Dies ist jetzt nicht mit so einem Bang geendet wie dem Jahr davor, aber trotzdem ist es immer noch eine gute Entwicklung und wichtig ist es, daran weiterzuarbeiten und wir haben momentan, ich glaube, auch die Verantwortlichen und auch wenn wir sie kritisieren und auch wenn wir kritisch sind und das müssen wir auch sein, sehen wir natürlich auch die Probleme, die finanziell großen Probleme, die durch die Corona-Krise zu denen, für die niemand was kann, auch wenn Donald Trump was anderes sagt, ist es tatsächlich so, dass die Fußballvereine damit irgendwie wachsen müssen und lernen müssen, umzugehen und das Problem ist, da ist viel Geld drin, Vereinsspieler wollen vielleicht auch nicht auf ihr Geld verdienen, wir sehen weiterhin absolut absurde Transfers, das ist einigen Vereinen auch vollkommen scheißegal, weil sie in einer Parallelwelt leben, in einer Parallelwelt, der vollkommen scheißegal ist, ob ich 500 Millionen für irgendeinen Spieler das jetzt leicht übertrieben raushaue, die haben das Geld einfach, das ist irgendwie Wechselware, das ist denen scheißegal, die Eintracht ist aber nicht dieser Verein, dieser Verein, da leben auch Existenzen dran, da sind auch Spiele, nicht nur Spieler, sondern da sind tatsächlich auch eine Geschäftsstelle, die da dran hängt, da sind teilweise auch Leute und die jahrelang für den Verein gearbeitet haben und ich glaube, vielleicht ist es für die Eintracht auch gerade insofern schwierig, dass die jetzt sagen, ja natürlich, natürlich ist es so, dass da Spieler Millionen verdienen, so, ist klar, aber gleichzeitig planst du, du planst damit, dass die eine Million verdienen können, aber gleichzeitig auch, dass deine, was weiß ich, deine vielen anderen Mitarbeiter halt auch in Lohn und Brot sind, die verdienen nicht alle eine Million, aber die verdienen auch genug und vielleicht ist es aktuell für die Eintracht eher so, dass wir sagen, okay, ja natürlich, wir können jetzt noch den Spieler kaufen, aber der kostet wieder viel Geld, vielleicht lassen wir es sein mit den Einnahmen und sind damit safe, damit wir niemanden entlassen müssen. Ich will nur mal sagen, ich will nur ein bisschen Verständnis für diese ganze schwierige Gemengelage mit reinbringen, denn ich glaube, wir wissen einfach nicht, ich kenne die Bücher der Eintracht nicht und ich glaube, sie macht momentan einen ganz guten Job, aber es ist halt einfach echt schwierig und dann gleichzeitig wollen wir unseren Anspruch noch mit reinbringen, denn tatsächlich ist der Kader ja auch gar nicht so schlecht und kann in Nuancen, wenn vieles zusammenbleibt, verbessert, ja trotzdem noch mal eine viel bessere Saison spielen, gerade mit der weniger Belastung. Es sind so viele Sachen mit reinzubringen und deswegen mein Gedanken, Chaos ist noch nicht komplett aufgelöst und sorry, wenn ich euch damit wieder reinzerre, aber ich denke, wir sollten auf keinen Fall darüber nachdenken, jetzt irgendwie eine Trainerdebatte zu starten. Wir sollten mit dem, was wir haben, gut aufbauen und sehen, dass wir mit punktuellen Verstärkungen zu einer noch besseren Mannschaft werden. Ich glaube, da sind wir an der Grenze dran. Ich hatte Dennis' Ausführungen jetzt aber auch nicht unbedingt so verstanden, als wenn wir jetzt unbedingt diese Trainerdebatte vom Zaun brechen müssen, sondern eher in der Richtung, wir müssen jetzt oder die Eintracht, die Verantwortlichen bei der Eintracht müssen jetzt die Diskussion führen, was ist unser Ziel für dieses Jahr, was ist unser Ziel für das nächste Jahr, wie sieht die Entwicklung aus und was müssen wir dafür tun. Da gehört natürlich auch die Frage dann immer dazu, ob die handelnden Personen das dann auch so umsetzen wollen und können. Das wirst du zwangsläufig auch mittun müssen, aber erstmal musst du dir als Verein jetzt im Klaren werden, in dieser Umbruchssaison, was ist unser Ziel Saison 2020, 2021 und was ist das Ziel perspektivisch danach. Genau. Genau, das muss man sehen. Genau, das wird man abwarten und wenn beispielsweise es bei Hütter so ist, er sagt, dass er die Ziele nicht erreichen kann, weil die Eintracht eben nicht zu verschieden, das ist ja auch so ein bisschen das, was du gesagt hast, dass er nicht die finanziellen Mittel geben kann, für die starke Mannschaft, die er will. Ja, das ist es dann halt so, aber dann muss er die Konsequenzen ziehen. Ja, vielleicht ist das dann auch wieder dieses, was ich ja letzte Woche schon mal angedeutet habe, diese Unklarheit, dieses nicht abgesprochene, wer hat welchen Plan, welches Ziel. Ja, vielleicht hat Hütter wirklich einfach diesen Plan, ich brauche direkt wieder eine Mannschaft, ich will direkt wieder Durchgang nach Europa und die Eintracht glaube ich das nicht, gehe ich fest von raus. Das Ziel zu sagen, komm jetzt lass uns hier mal was Solides aufbauen, wir schlucken die Kröte das eine Jahr, haben irgendeinen soliden Mittelfeldplatz, irgendwas zwischen 8 und 12, alles fein und im Jahr drauf Feuer frei. Aber da müssen halt auch die handelnden Personen miteinander reden. Ja, aber das werden die auch, hoffe ich, aber ich glaube, das ist genau dieser Anspruch. Und weil gerade eben die Frage von Dennis noch aufkam, was reicht uns denn für welches Europa-League-Ding, habe ich mir gerade eben nochmal hier auf der Wikipedia-Seite die UEFA Europa Conference League, umgangssprachlich EuroLeague 2 Seite aufgerufen und da heißt es, für die 1 bis 4 Platzierten der 5-Jahres-Wertung dürfen die 4 Meisterschaftsseite 6. also 6 Platzierten oder 7 Platzierten, falls der Sieger des nationalen Pokals unter den 1. 6 ist, an der Playoff-Phase der Qualifizierung teilnehmen. Also du kommst noch nicht mal in die Gruppenphase direkt, sondern du darfst in der Playoff-Phase der Qualifizierung mit anderen 33 Mannschaften spielen, von denen dann 17 weiterkommen in die Gruppenphase. Okay, ich habe zwischenzeitlich ausgeschaltet. Also es ist ganz cool. Ich habe auch gerade eben erst gelernt, dass es zwischen der Gruppenphase und dem Achtelfilale nochmal eine Zwischenrunde gibt. Weil ja dann noch die Gruppendritten der EuroLeague nach unten durchgereicht werden, die dann wiederum gegen die Gruppenzweiten der Gruppenphase der EuroLeague 2 spielen. Also wer sich das Ding ausgedacht hat, also wer sich das Ding ausgedacht hat, also entweder hat er mit irgendeinem eine ganz fiese Wette gehabt, so nach dem Motto, ich hau den irgendwas ganz Krudes auf den Tisch und wetten, ich kriege das durch. Oder er hat einfach vier Wochen durchgesoffen und hat danach dieses Ding dahin gemalt. Also es ist sowas von absurd. Ja, also irgendwann ist das halt auch gut. Mann, 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 liebe Leute. Also wir müssen einfach daraus lernen, entweder Achter werden, um safe nicht dabei zu sein oder Fünfter oder besser, um safe in den Wettbewerben zu sein, die einen irgendwie interessieren. Das macht es ja jetzt auch nicht leichter, ne? Das ist leider richtig. Weil Fünfter ist halt schon echt, wo man sagt, okay, Sechster schaffst du in einer sehr guten Saison, Siebter ist irgendwie auch noch machbar, aber Fünfter ist schon echt hart, wenn man sich die Konkurrenz anschaut. Jetzt vor allem durch dieses Corona, das ist halt absolut ärgerlich, weil man richtig gute Arbeit geleistet hat und man hat wirklich ansatzweise gedacht, vielleicht können die so reinstoßen in diese Gruppe dort oben, Top 6 meinetwegen, zumindest so ein bisschen dran nippen und ja, ne? Und jetzt ist es halt so, ja, es gibt dort einige Vereine, die Corona halt nicht so sehr trifft, aufgrund von ihren Polstern, würde ich mal sagen. Und bei der Eintracht ist halt die gute Arbeit dadurch so ein bisschen zunichte gemacht worden, was halt sehr ärgerlich ist. Und wenn du jetzt hörst, die ja entweder Achter uns ganz lassen oder Fünfter und richtige Euroleague spielen, ja moin, das wird ein bisschen schwierig. Oder halt Sechster und darauf hoffen, dass die Bayern sowohl wieder Meister werden, als auch den DFB-Pokal holen. Dann reicht ja der Sechste ja auch noch, weil dann ist ja der Siebte derjenige, der dann hier bei Udis Restaurant mitspielen kann. Wundervoll. Ist halt auch will. Also die Aussichten sind halt auch nicht so geil. Ja. Es ist alles irgendwie scheiße, tatsächlich, ja. Aber es kann auch geil werden. Also wir müssen es einfach, wir müssen einfach Fünfter werden. So ist es halt, aber es hilft ja alles nichts. Man braucht auch mal so ein bisschen fordernde Ziele. Vor allem in diesen Zeiten. Vor allen Dingen in diesen Zeiten. Korrekt. Korrekt, ja. Also wer sich das nochmal durchlesen will, ich kann euch gerne mal diesen Wikipedia-Eintrag verlinken und wer weiß, wer sich das Ding ausgedacht hat, der kann uns gerne mal die Kontaktdaten geben. Ich hätte dann noch ein paar Fragen an die Person. Ist total peinlich. Ich wusste tatsächlich nicht, dass UEFA Europa Conference League heißt. Aber gut. Ich wusste auch nicht. Ey, ohne Scheiß. Irgendwann bin ich auch ausgestiegen. Ich bin auch irgendwann ausgestiegen, weil mich das auch einfach zu sehr genervt hat. Weißt du, Europa League 2, Europa Conference League. Ja, was haben wir denn? Haben wir irgendwann die Europa-Abstiegsspiele oder was? Also, ja, I don't know. Ich glaube, als Kind fand ich, hätte ich die Idee geil gefunden. Ja, wer weiß. Vielleicht kommen sie ja auf die nächste glorreiche Idee, noch so eine Zweitliga-UEFA-Euro-Conference-League irgendwie zu machen. Dann dürfen irgendwie die Bestplatzierten der Zweiten Liga auch nochmal ein bisschen international spielen. Ja? Wow. Also, irgendwie noch so ein Kindergarten-Europa-Wettbewerb. Also, irgendwas werden die sich schon noch einfallen lassen, um an Aufmerksamkeit und Geld zu kommen. Da bin ich mir sehr sicher. Ja, wohl wahr. Bis dahin müssen wir alle TV-Rechte vermarktet sein oder sowas irgendwo. Ja, weiß ich auch nicht. Da mussten wir ja erst mal einen Haufen Geld bezahlen, damit du danach einen Haufen Geld einnehmen kannst. Also, ich weiß auch nicht, ob das so das beste Geschäftsmodell ist. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr einfach jetzt hier richtig mal die Spendenkasse auffüllt, dann könnten wir ja einfach versuchen, mal so eine Übertragungslizenz zu kaufen. Genau. Und dann machen wir hier Live-Kommentatoren und Marvin darf dann hier den Spätestens für die zweite Liga UEFA Europa Conference League, ja? Genau. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Die würden wir uns dann sichern, wenn dann irgendwie der HSV gegen, weiß ich nicht, Arminia Bielefeld im Viertelfinale der Zweitliga UEFA, was in Europa steht. Könnte bestimmt großartig werden. Auf jeden Fall. Ja. So, bevor wir jetzt hier total abdriften, gibt es eigentlich transfertechnisch irgendwelche News-Gerüchte? Ich hatte irgendwas gelesen, dass man bei Silva irgendwie noch so ein bisschen dran ist, aber noch unklar ist, weil man nicht weiß, wie die Verträge der Spieler bei Milan tatsächlich aussehen. Ja, genau. Also, an sich, glaube ich, sind die tatsächlichen Verhandlungen die Leine um ein Jahr jeweils zu verlängern. Das ist natürlich das Problem da momentan ist, dass die laufenden Verträge das nicht mehr hergeben. Das heißt, die Verträge müssten erst mal bei den Stammvereinen verlängert werden, um dann, also bis mindestens 2023, um dann im Endeffekt die Leie um ein Jahr verlängern zu können. Weil ich meine, die sind ja dann in ihrem letzten, im letzten Vertragsjahr und da ist ja Leie nicht mehr erlaubt. Das heißt, da müsste zumindest jetzt erst mal die Formalität erledigt werden. Ob das wirklich nur eine Formalie ist oder ob es sehr kompliziert ist, werden wir alles sehen. Merkt man aber natürlich auch, hier sind alle Beteiligten daran interessiert, dass Silva bei uns bleibt, Rebic dort. Und ja, wie das dann laufen soll, schauen wir mal. So wirklich Konkretes gab es dabei jetzt auch noch nicht zu. Glaube ich zumindest. Also das war mein Stand. Ja, ganz liebe Grüße an Florenz an dieser Stelle, die dann wieder nicht auf irgendeine Ablöse, 50% Ablösesumme hoffen dürfen. Ja, so ist das. Apropos Leihgeschäfte, ist das nicht auch so ein Ding, müssen wir vielleicht einfach zurück, um jetzt nochmal irgendwie zurückzukommen auf das Transferfenster, müssen wir vielleicht einfach einen Schritt zurückgehen und wieder mehr Überleihgeschäfte lösen, wenn wir jetzt gerade kein Geld haben und es anderen Vereinen ähnlich geht. Wäre das nicht so ein Ding, dass du dann trotzdem Spieler bekommst, die einigermaßen schon etabliert sind, aber auch die du nicht sofort zahlen musst oder nur Teile zahlen musst oder je nachdem, was du dir halt in den Vertrag packen lässt. Wäre eine Option, hat ja auch ganz gut funktioniert auf dem Weg dorthin, wo wir jetzt eigentlich sein wollten, was wir aber nicht sein können, wegen Corona. Also wäre eine Option. Finde ich eine gute Idee tatsächlich, wenn wir uns überlegen, Leute wie Wolf haben gut funktioniert, ja, auch mit einer Leihe angefangen, dann gekauft. Es gab einige andere gute Beispiele, die ähnlich durchgestartet sind. Ich finde, in Zeiten von Corona wird das vielleicht wirklich eine richtige Option. Ich bin vollkommen bei dir. Bevor wir keinen bekommen, ich kann mir gut vorstellen, dass darauf auch Freddy Bobic vielleicht hofft, ja. Aber dem entgegenstellen würde ich, dass das aus meiner Wahrnehmung heraus dann eher so diese Transfers sind, die halt wirklich, oder diese Deals, die erst zum Ende der Transferperiode kommen. Weil ich als abgebender Verein würde jetzt nicht sagen, ach wunderbar, ich verleihe den jetzt mal für ein Jahr, es sei denn, es ist halt irgendein Perspektivspieler und ich will dem Einsatzzeiten generieren. Aber deine Aussage war ja gerade eben, gestandene Spieler, die uns halt auch irgendwie in einem System helfen können, die würde ich ja als abgebender Verein erst mal versuchen, tatsächlich für Geld zu verkaufen. Wenn ich finde, dass dieses immer so an Menschenhandel ist, aber erst mal verkaufen und wenn ich sie dann nicht verkauft bekomme, dann über der Laie, dass ich sie zumindest von der Gehaltsliste habe. Aber das ist ja dann irgendwas, was tendenziell eher erst so in den letzten zwei Wochen der Transferperiode läuft und dann sind wir halt wieder bei dem Punkt, dass diese Spieler null von der Vorbereitung mitbekommen. Oder sehe ich das mal? Aber da bin ich schon bei Patrizia, dass uns die Spieler vielleicht auch sofort weiterhelfen könnten, wenn da natürlich jemanden mit so Qualität... Ich sehe es aber schwierig, weil auch natürlich die abgebenden Vereine Geldprobleme haben. Natürlich fällt das Gehalt weg, aber ich denke, dass die schon alle drauf bedacht sind, momentan Geld einzunehmen. Das heißt, die Verkaufspreise ein bisschen runtergehen und dafür aber gezahlt werden müssen, vielleicht auch in Raten. Aber ich glaube tatsächlich, dass Leihgeschäft in der Situation für viele auch trotzdem nicht genug Geld für den Verein einbringt, das könnte da ein Problem auch sein. Also Leihe ist jetzt für die Eintracht natürlich geil. Wenn du jemanden leihen kannst, musst du kein Geld hingeben für den abgebenden Verein, der sagt, jetzt habe ich ihn zwar von der Gehaltsliste, aber außer vielleicht 500 oder eine Million Leihgebühr nehme ich dann auch nicht ein. Wird wahrscheinlich nur in individuellen Fällen passen. Mit dem, dass die Spieler dann erst später kommen und so weiter, sehe ich jetzt nicht so problematisch, weil tatsächlich es häufig Spieler sind, die schon eine ordentliche Qualität auch dann haben können, die vielleicht auch gar nicht die Eingewöhnungszeit dann brauchen, die einfach mal einen Systemwechsel, einen neuen Verein brauchen, um dann auch gleich wieder zu funktionieren. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das eine coole Situation ist, wenn es einfach die wirtschaftliche Situation von beiden Vereinen irgendwie hergibt. Aber müssen wir abwarten, ja. Das ist ein guter Punkt. Vor allen Dingen, ja, wie du mal schon meintest, das könnte halt in individuellen Fällen passen. Vor allem halt, wenn du bei einem größeren Verein dir irgendwie einen Reservespieler oder auch einen Jugendspieler oder so holst, die jetzt, die dann meistens trotzdem schon mit den guten Mannschaften mittrainiert haben und dann halt trotzdem auch eine gewisse Qualität mitbringen. Zum Beispiel Vallejo oder sowas. Das war auch, das war eine Laie von Real und der hat halt bei Real gar keine Chance. Real spekuliert aber noch drauf, dass der kommt in ein paar Jahren und so Geschäfte halt könnten dann zustande kommen. natürlich, klar, unter den Voraussetzungen, dass sie niemanden finden, der jetzt irgendwie, ja, kauft oder halt, dass sie gar nicht interessiert daran sind, den Spieler sofort loszuwerden, sondern darauf hoffen, dass der in ein, zwei Jahren stärker zurückkommt und dann eine Option ist. Ja. Das könnte natürlich gerade auch so der Punkt sein, dass es ja durchaus auch die eine oder andere Liga gibt. Gucken wir mal zum Beispiel nach Frankreich, ja ihren Spielbetrieb relativ früh auch aufgehört haben. Also du hast ja da auch überhaupt keine Möglichkeit, den Spieler, den du vielleicht potenziell verkaufen wollen würdest, bis zum Ende der Saison zu sehen, weil du einfach sehr viel abgebrochen hast, die aber jetzt ja trotzdem irgendwie, wo du vielleicht diese Situation hast, dass du sagst, okay, der braucht noch ein Jahr Spielpraxis und dann können wir irgendwie den Gewinn bringen, verkaufen. Das könnten ja so Kandidaten sein, die für uns da wieder in die Frage kommen. Und wenn wir jetzt wieder auf Indica gucken, mit dem Thema Frankreich, haben wir ja durchaus schon mal Erfolge gehabt. Ja, genau, das ist es. Aber ich finde, wir sollten dieses Konzept der Laie wirklich überdenken und positiv auch darüber nachdenken. Denn es gibt einfach Spiele, die vielleicht bei anderen Vereinen nächste Saison gar nicht so zum Einsatz kommen, weil jetzt nochmal qualitativ neue Leute dazugekommen sind. Ich denke da immer wieder an Leute wie Zirkzee von den Bayern, ja, keine Ahnung, ob Joshua Zirkzee im nächsten Jahr so unfassbar viel Einsatzzeit bekommt. Ja, ich meine, das ist natürlich jetzt ein Spieler, den wir nicht zwingend auf der Position, weil er ein Mittelstürmer ist, benötigen. Aber ich will jetzt nur mal meinen, die Kategorie von Spielern, die uns helfen könnten, aber wo in der Bundesliga vielleicht die Möglichkeit ist, dass er anderweitig noch mehr Einsatzzeit bekommt. Also ich will nur sagen, in diese Richtung sollte man zumindest offen sein. Ich glaube, da ist Bobic durchaus der Richtige, da auch zu gucken. Die Frage ist, ob das halt den Ansprüchen eines Vitters genügt. Und das ist natürlich immer die Frage, bei der wir uns nicht. Da sind wir wieder bei der Frage, wer hat welches Ziel und will das wie schnell erreichen. Da kommen wir immer wieder drauf. Genau, das ist es genau. Ja. Aber ich merke, dass wir tatsächlich ja sogar relativ zufrieden werden, wenn wir sagen, wir nehmen das Übergangsjahr, wir machen das und machen das Beste draus und schauen, ob wir dann vielleicht doch wieder was erreichen. Es ist, also wir würden, glaube ich, alle damit gehen. Das ist halt die Frage, ob das auch ein Weg ist, den Hütter auch gehen will. Und den der Rest auch mitgehen will. Also es ist ja nicht nur Hütter, sondern da sind ja noch ein paar mehr Menschen in der Führungsriege des Vereins, die müssen sich ja da auch mit auseinandersetzen. Weil da hängen ja auch, wie du vorhin schon gesagt hast, da hängen ja auch wieder andere Sachen mit dran, Einnahmen, Sponsoren, Verträge und so weiter. Also das Thema ist ja weitaus komplexer, als wir das jetzt hier gerade skizzieren. Das hängt da ja alles noch viel mehr mit dran. Ja. Deswegen. Also das wäre doch klasse. Wollen wir mal hoffen, dass es so kommt. Genau. Genau. Jetzt müssen wir aber nochmal ein bisschen auf diese neue Saison kommen, weil außer den neuen Spielplan, über den wir gleich reden, gibt es natürlich auch noch neue Oberbekleidung, wie das in jedem Jahr der Fall ist. Es gibt ein wunderschönes neues Eintracht-Trikot oder auch nicht wunderschön, die Frage werden wir gleich klären. Jetzt bin ich gespannt, welches du meinst. Und das ist auch seit heute, wenn ich das richtig gesehen habe, im Verkauf. Es gibt ein neues Heimtrikot wieder in schwarz und rot und da dann so ein bisschen eingearbeitet, ja quasi die Frankfurter Skyline, Römer-Geschichten und dann gibt es ja noch dieses Auswärts-Trikot. Was ist denn so eure Meinung zu dem Trikot und welches von den beiden gefällt euch tatsächlich am besten? Oder besser? Patricia? Also, auf diesen Moment habe ich gewartet. Oha, jetzt geht's los. So, ich beginne mit dem Heimtrikot. Ja. Also, ich finde das Detail mit dem Römer ganz cool. Also, ich mag das, dass die Stadt da, so ein Bezug zur Stadt mit eingebaut wurde. Was mir nicht gefällt, ist, dass diese Streifen an den Ärmeln aufhören und die Ärmel dann so einfarbig sind. Weil gestern zum Beispiel hat man bei Inter gesehen, die haben auch Streifen und die gehen über die Ärmel weiter und es sieht einfach viel, viel besser aus. Das Gleiche mit diesem Kasten auf dem Rücken. Bei Inter sind auch einfach diese Streifen und da drüber hast du halt einfach den Flock und du liest trotzdem ohne Probleme den Namen und die Nummer. Deswegen verstehe ich nicht, warum wir immer diesen Kasten haben. Das finde ich unfassbar hässlich. Muss man halt mit einem Flock irgendwie, auch mit Flocken, noch doof aus, aber ohne ist es halt quasi nicht möglich, das zu tragen, weil es halt wirklich sehr, sehr hässlich ist. Aber ansonsten gefällt mir ganz gut, dass man wieder diese rot-schwarzen Streifen hat. Finde ich ganz schön. Das Auswärtstrikot gefällt mir persönlich gar nicht, weil ich es da mit Hinti halte und den Kragen nicht, ja, ich würde ihn abmachen. Ja, Kragen gefällt mir nicht so gut. Ich finde, klar, den Spielern stets vermutlich den meisten, weil die halt auch einen Körper haben, den die da reinpacken können, aber wenn ich mir vorstelle, ich ziehe da dieses Auswärtstrikot zu einem Spiel an mit einem Kragen, sehe ich halt auch aus wie so, naja, nee. Mir gefällt der Kragen nicht, ansonsten ist es, ja, schlicht weiß, ist ganz okay, das Design ist halt recht schlicht, gefällt mir. Kragen geht halt gar nicht. Oder seht ihr das anders? Ich bin voll bei dir. Also, ich würde mich eigentlich dir vollumfänglich anschließen. Ich finde, das neue Heimtrikot ist klassisch, klar, eigentlich sieht der ähnlich aus wie Trikots, die wir in den Vorjahren schon hatten. Das einzige Optionale, was da jetzt dazugekommen ist, ist wirklich der schöne Römer, bei dem ich mir ursprünglich mal gedacht habe, ja, das habe ich aber irgendwo schon woanders gesehen, weil ich irgendwie so Fake News aufgesessen bin, als irgendwie so Bilder rumgefleucht sind von wegen, ja, das hatte schon ein japanischer Verein, den Faktor habe ich dann nachgeguckt, habe das nicht finden können, also keine Ahnung, wo das herkam. Vielleicht hat es wirklich jemand einkoloriert, ja, aber, also, das ist cooles Design, das gefällt mir natürlich die Vermarktung auch, aber ich finde, das weiße Trikot erfüllt nicht das, was ich irgendwie geil finde, also, ich finde, nee, also, nee, ich würde es nicht kaufen. Punkt aus die Maus. Dafür ist es zu schlicht und langweilig. Dann finde ich das Heimtrikot cooler. Das ist, das ist ein guter Punkt, Marvin, das ist tatsächlich ein bisschen langweilig. Man muss auch sagen, mit dem Kragen, das ist ja immer so was, was polarisiert und da gehe ich auch mit euch mit. Ich finde es auch nicht so hundertprozentig gelungen, auch die Ausführung von Pratizia vorhin. Klar, das ist wieder, du musst das jetzt wieder was Neues machen, da hast du halt gesagt, okay, dann machen wir diesmal die Ärmel in schwarz und machen das andere, hacken da sozusagen die Streifen ab, finde ich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Mit dem Rücken finde ich auch jedes Jahr total ätzend und nervig, dass wir da diesen, diesen Kasten hinten drauf setzen haben, dass du wirklich gezwungen bist, eigentlich einen Flock zu tragen, sonst sieht es einfach mega kacke aus. Und ja, wie gesagt, gehe ich voll mit euch mit. Weiße Trikots ist sowieso ja immer so eine Sache im Stadion oder auch beim Abends dann nochmal irgendwo tragen. Es ist halt nicht lange weiß, deshalb kaufe ich mir generell selten weiße Trikots. Aber ja, dementsprechend schauen wir mal. Ich werde dieses Jahr kein Trikot kaufen, weil ich das schwarz-rote von letzter Saison, war es glaube ich ja, schon habe und dementsprechend da der Mehrwert für mich jetzt nicht so ist, da ist. Aber nettes Gimmick auch mit dem Römer und so weiter auf jeden Fall. René, wie ist da dein Punkt? Also ich bin vollkommen bei euch, dieses Auswärtstrikot, das ist, ja, keine Ahnung, was sie sich dabei irgendwie gedacht haben, da jetzt einfach nur diesen Streifen da auch noch irgendwie so komisch da an der Seite zu machen. Also das finde ich so ein bisschen so ein bisschen arg lieblos tatsächlich. Ich finde das Heimtrikot echt charmant, auch die Idee mit diesem Römer, was mich da halt stört, ist, dass die ja so übereinander laufen. Also es ist ja quasi wie so Pfeile, die so übereinander nach oben gehen. Ich hätte es halt schöner gefunden, wenn sie es halt wirklich nur einmal diese Silhouette da drauf haben und dann nicht nach oben fortlaufend gemacht hätten. Hätte ich tatsächlich noch ein bisschen schöner gefunden. Ich werde auch dieses Jahr nicht kaufen, weil ich noch das Euroleague-Trikot aus dieser vergangenen Saison habe und da fühle ich mich ganz wohl mit. Was ich tatsächlich charmant finde, das habe ich aber glaube ich jetzt gerade im Shop noch gar nicht gefunden, ist dieses Aufwärmtrikot. Das finde ich irgendwie eine ganz gute Variante, was sie da haben. Ich weiß gar nicht, kann man das im Shop kaufen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ist das so ein kariertes? Ne, ne? Ja, warte mal. Ich schicke euch mal gerade ein ein Bild. Hören Sie live zu, wie ich ein Foto meines Bildschirms mache? Jetzt bin ich auch sehr, sehr gespannt. So, ihr müsstet ein Foto haben. Ach so, ah ja. Das finde ich eigentlich ganz cool. Also so, um es zu beschreiben, es hat halt oben, ist halt eher so T-Shirt-Style auch tatsächlich. Es hat oben diesen klassischen T-Shirt-Kragen, hat das Eintracht und das Nike-Logo, also ist weiß oben an den Schultern und wird dann nach unten quasi mit so, ja, wie soll man es nennen, es sieht quasi wie so ein Punktmuster, so ein Pixelmuster, leicht rot, immer mehr rot und geht dann nach unten in so eine schwarze Fläche über. Und das finde ich, sieht irgendwie ganz schick aus. Ich weiß gar nicht, ob man das tatsächlich käuflich erwerben kann. Ich vermute mal, dass sie das auch im Shop haben werden. Ich hatte es nur gerade eben noch nicht gesehen. Das finde ich tatsächlich irgendwie ganz, ganz schick. Also da haben sich echt Gedanken gemacht. und wenn man dann daneben halt im Vergleich das Auswärtstrikot sieht, also da fragt man sich auch, was da gewesen ist. Ach guck mal, das sieht gut aus. Ja, das ist das Aufwärmtrikot. Das ist das Aufwärmtrikot. Das finde ich, das sieht halt richtig schön aus. Warum ist das das beste Trikot? Ja, die Frage muss man ernsthafterweise stellen. Das sieht halt echt gut aus. Da haben sich echt mal Gedanken gemacht und der Rest ist halt so, ich meine, das rote, rot-schwarze mit den Streifen ist halt so klassisch. Das kannst du immer machen, da machst du was falsch. Jetzt zeigst du mir was. Ich kaufe ja eh keine, weil ich mir logisch, wenn ich Trikots kaufe, steigt die Eintracht ab. Also deswegen mach ich das, Du wirst das auch schön bleiben lassen. Das sieht doch gut aus. Das ist halt kein Trikot. Es ist halt ein Aufwärmshirt. Deswegen kannst du es ja bedenkenlos kaufen. Ah! Deswegen haben wir die Patrizia dabei. Die ist halt einfach die Schlauere von uns allen. Hervorragend. Das ist halt auch, ich sorge auch dafür, dass die Eintracht hier ein paar Einnahmen generiert. Hervorragend. Auch durch Marvin. Genau. Hervorragend. Dann geht der Provisionsanteil geht dann bitte an Patrizia. Am liebsten gebe ich auch Marvins Geld aus. Wir können ja nochmal durch den Fanshop stöbern. Vielleicht finden wir noch andere Dinge, für die Marvin Geld ausgegeben sollte. Dennis hat schon öfter ganz gern hier an Wodkaflaschen genuckelt, wenn ich sie ausgegeben habe. Naja, ja, ja. Aber gut. Da hättet ihr mal Bescheid sagen können. Da hätte ich auch ohne weiteres mitgemacht. Ich muss tatsächlich sagen, das ging aber Marvin Kari auf der Denne. Ich war gerade leider nicht mehr in der Verbindung drin. Marvin, du hattest irgendwas zu mir gesagt. Marvin hat gesagt, die nächste Wodkaflasche geht auf ihn. Ich habe gesagt, du hast ja schon öfter ganz gerne mal meinen Flaschen genuckelt, wenn ich Wodka aufgegeben habe. Aber ich muss tatsächlich aber auch sagen, dass der Dennis ein sehr, sehr guter Spender ist. Also der hat auch schon sehr, sehr viel. Der lässt sich da auch nicht lumpen. Lässt sich gut mit ihm feiern. Wenn wir das wieder dürfen. Hallo. Hopp, hol mal den Impfstoff jetzt her. Es wird langsam Zeit. Wir wollen wieder feiern jetzt hier. Genau, genau, genau. Sehr gerne. Und wir wissen ja jetzt auch schon so ein bisschen, gegen wen wir feiern und wo wir feiern dürfen. Das ist nämlich auch der offizielle Spielplan der Eintracht jetzt veröffentlicht worden. Und wir beginnen tatsächlich mit einem Heimspiel gegen die Arminia aus Bielefeld. Und wir enden auch wieder mit einem Heimspiel, nämlich gegen den SC Freiburg. Was ich doch schon mal eine sehr schöne Konstellation finde. Also ganz ehrlich, ich finde den Spielplan Bombe. Ja, du hast eine Heimspielfänge. Das ist natürlich, ja, ist halt schon der Kacke, ne? Wir kommen ja gleich auf das unweigerliche Thema noch zu sprechen. Warum es halt nicht... Ja, aber trotzdem, du hast ein Heimspiel, fängst du an. Du hast eine gute, du hast eigentlich eine wirkliche, ordentliche Reinkommensphase, wo ich denke, vier Spiele, na, da will ich zwei Siege von haben mit neun Punkten, sind wir doch ganz gut am Start. Und am Ende spielst du, am letzten Spieltag, das ist für mich emotional, aber komplett wichtig, spielst du auch wieder zu Hause. Patrizia, du hattest ja letztens auch den Post für Fußball 2000 gemacht. Ey, ganz ehrlich, ich finde das mega. Für mich ist das, ich habe schon ein gutes Gefühl für die Saison. Ja, ich finde es auch. Also klar, es ist jetzt ärgerlich, weil, naja, Fans, das ist jetzt halt Heimspiel, Auswärtsspiel, jetzt nicht mehr so tragend wie vorher. In der Rückrunde muss man mal sehen, in der Hinrunde jetzt wahrscheinlich der Auftakt ist geschenkt, aber trotzdem, es ist halt Heimspiel, ja, zu Beginn und zum Ende der Saison finde ich sehr, sehr gut. Ich finde auch, es ist ziemlich ausgeglichen, so, was du für Gegner bekommst. Also du hast jetzt nicht, dass du sagst, oh, am Anfang haben wir nur die Top 6 und dann kommt irgendwie, weiß ich nicht, eine Strecke, wo die ganzen Abstiegskandidaten in Anführungsstrichen, man weiß ja noch nicht genau. Ich finde das sehr, sehr ausgeglichen. Ich finde auch, man hat die Bayern recht früh, das ist, häufig war das sehr gut, weil die ja sich noch, die kommen so ins Rollen immer und dann sind die unbezwingbar, aber am Anfang haben die schon manchmal Federn gelassen, deswegen auch da hast du einen starken Gegner am Anfang, wenn er noch nicht so, ja, im Rollen ist. Das ist, eigentlich ist der sehr ausgeglichen und, ja, ich bin das gar nicht gewohnt von der DFL, dass das so ein sinnvoller Spielplan aus unserer Sicht ist. Ja, stimmt, das ist tatsächlich nicht so, diese Todeswochen habe ich jetzt auch nicht entdeckt, wo ich gesagt habe, oh Gott, das sind wieder, das sind ja so Nullpunkte Januar oder Februar, das ist, ja, ist auf jeden Fall was drin, wir müssen einfach schauen und das finde ich auch einen guten Punkt, den wir ja vorhin auch schon angesprochen haben, wir müssen relativ früh eingespielt, Automatismen im Idealfall schon haben, dass wir gerade in dieser Anfangsphase mit Bielefeld, Berlin, Hoffenheim und Köln wirklich ordentlich punkten, dann hast du mal die Bayern, das ist immer so ein Bonusspiel, nein, muss man gucken, dass man einfach gleich am Anfang die Punkte einsammelt, auch nicht irgendwie gleich im DFB-Pokal, da will ich auch, das will ich unbedingt, dass wir da eine Runde weiterkommen und nicht irgendwie dann sinnlos in der ersten Runde dann ausscheiden, weil wir noch nicht eingespielt sind oder das nicht ernst nehmen, ich glaube, ist der Bayern-Pokal schon ausgespielt, wissen wir schon, gegen wen es da eigentlich geht oder? Bislang noch nicht. Nee, dauert noch, also dauert noch eine Weile, aber du sprichst vollkommen richtig an, ich finde, dieser Spielplan, die ersten Spiele, die er gerade angesprochen hat, das sind die Punktespiele gegen Bielefeld, ja, die sind gehypt, aber ey, da muss man sich immer auf die eigenen Stärken konzentrieren und dann kann das schon was werden, auch wenn es cool ist, dass Bielefeld wieder da ist, gegen die Hertha, die haben sich vielleicht zu der Zeit auch noch nicht gefunden, Hoffenheim mal schauen, Köln, da sind alles, wie gesagt, Sechspunkte sind da auf jeden Fall drin, dann kommen die Bayern und das ist dann natürlich, das sind so diese drei Spiele, diese vier Spiele tatsächlich, das wäre dann so ein bisschen, also nicht despektierlich, so ein bisschen Arschloch-Spiele, du hast Bayern immer unangenehm, aber da musst du ja zwingend nichts holen, weil du spielst halt in München, aber Werder Bremen, da kriege ich schon, da stellt sich schon wieder alles auf bei mir, dann hast du Stuttgart, auch immer auswärts, eine schwierige Kiste und dann zu Hause Leipzig, aber wenn du da auch was holst aus diesen vier Spielen und dann auch ganz gut in der Saison schon durchgefloat bist, dann läuft es auch wieder, dann hast du Union, Dortmund ist immer, ist immer ein bisschen was drin, Wolfsburg, da brauchen wir auch keine Angst haben, also dann läuft das, müssen irgendwie, wir haben eine gute Möglichkeit, ordentlich in die Saison zu kommen, mit vielleicht sechs bis neun Punkten nach vier Spielen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht, aber ich glaube, für die Eintracht, das ist ein sehr dankbarer Spielplan, der am Ende mit dem letzten Spieltag zu Hause gegen Freiburg auch noch dankbar endet, wir haben mal wieder die Mainzer relativ am Ende, das müsste man mal statistisch abchecken, aber dass wir sehr oft in der Saison die letzten vier, fünf Spiele irgendwie die Mainzer haben, auch in der Relegationssaison war es ja tatsächlich der Fall, keine Ahnung, womit das zusammenhängt, aber auch die Mainzer sind dann vielleicht mal wieder für einen Punktgewinn, beziehungsweise wir bei ihnen und die nicht bei uns vielleicht auch mal wieder zuständig, das würde mich sehr freuen. Ja, man hat halt so ein bisschen den Druck am Anfang, also wenn man am Anfang die Spiele dann wirklich verkackt, wenn du halt schlecht reinkommst, dann, weil ich finde jetzt, wenn ich es mir genauer angucke, so Dezember ist jetzt auch nicht so, wenn du dann den BVB hast, dann hast du Wolfsburg, dann hast du Gladbach, dann nochmal Augsburg, so okay, da muss man dann und dann hast du wieder Leverkusen, das sind so vier, fünf Spiele, wo man sagt, das könnte so ein bisschen knackig werden und wenn du davor nicht sammelst, also auch bevor du noch zu Werder und Stuttgart kommst, also diese Anfangsphase ein bisschen verpasst, dann wird es sportlich, aber hoffen wir mal, dass es nicht so der Fall ist und dass es zumindest durchwachsen ist und man da halt, keine Ahnung, zwei Spiele von gewinnt, dann passt das auch schon wieder. Ja, wenn man es ganz verkackt, dann wird es, aber dann ist es halt so oder so, wenn du gegen die Großen, naja, das ist halt, wenn die Großen, aber wenn du halt die machbaren Gegner verkackst, ist das immer so ein bisschen ärgerlich, weil das halt Punkte sind, mit denen man schon so ansatzweise rechnet, ja, mal sehen, aber Spielplan an sich ist ja gut. Sieht erstmal gut aus, kann man glaube ich erstmal ganz gut mit arbeiten, hier Finale, Bayern-Pokal ist, wenn ich das gerade richtig gelesen habe, vierter oder fünfter September, also eine gute Woche vor dem Spiel tatsächlich erst, wer der Gegner ist. Gut zu wissen tatsächlich, ja. Bisschen spät auch, um sich so drauf einzustellen, aber ja, dafür ist der Klassenunterschied ja noch da, ne? Ja, also was, was du hast, entweder 1860 oder Aschaffenburg oder Würzburger Kickers, die spielen ja irgendwie das zweite Halbfinale. Es tut mir so weh, dass wir, Aschaffenburg wäre so geil, still der mal. Aschaffenburg wäre mega, da kannst du quasi jeden Bandern. Da kannst du hinwandern, du kannst, keine Ahnung, wir können Seifenkistenrennen nach Aschaffenburg machen, wir können Fahrrad fahren, ja. Kannst du mit dem Schiff, kannst du mit dem Schiff hinfahren? Danke. Ja, das fällt mir gerade ein, das wäre richtig geil mit dem Schiff, da der Main runterfahren, bis nach Aschaffenburg. Das wäre so eine geile Gaudi gewesen und ich glaube, die Aschaffenburger hätten sich da auch riesig drauf gefreut. Danke für nichts. Bin jetzt richtig traurig, das merkt man auch gar nicht. Weißt du, was das Problem ist, was in Verbindung jetzt noch damit kommt, ich habe eben mich gewundert, ich habe vorhin was zu essen bestellt und habe gedacht, okay, nee, da, und da habe ich gedacht, naja gut, es wird jetzt halt schon mal langsam Zeit, ich habe irgendwie so 20 Uhr bestellt, jetzt könnte da mal was kommen und habe jetzt eben E-Mails gecheckt. Ich habe irgendwie, ich habe nämlich die Lieferando-App gecheckt und dann sehe ich, hä, irgendwie die Bestellung ist ja gar nicht drin, warum? Und dann sehe ich die App, meine E-Mail und dann steht dann, Ihre Bestellung bei Lieferando, vielen Dank für Ihre Bestellung. Es tut uns leid, dass Ihre Bestellung nicht bei Ihnen angekommen ist. Ich habe Kontakt mit dem Restaurant aufgenommen und erfahren, dass die ein Restaurant aus technischen Gründen nicht liefern konnte und ich so, nein, weil es irgendwie so um 12 Uhr arbeiten gewesen, das letzte Mal dann dort gegessen, also auch noch im Saladen, jetzt habe ich so, das ist so sad gerade. Ich muss mich mal ganz kurz stumm stellen. Während Marvin leise in seine bereits gelegte Serviette weint, die er jetzt ja nicht mehr braucht, um sich nach dem Essen den Mund abzuputzen, können wir noch über dieses Thema Fans im Stadion sprechen? Das war ja gerade eben so das Thema, wo wir so ein bisschen hingewandert sind mit diesem Ausblick auf Aschaffenburg. Wir hatten ja letzte Woche drüber gesprochen, die DFL hatte ja angekündigt, ein Gesundheitskonzept auszuarbeiten und das in den nächsten 14 Tagen mit der Politik zu vereinbaren, um eben zumindest in kleinerem Rahmen wieder Fans im Stadion zu ermöglichen. Daraufhin hatten sich ja in der vergangenen Woche schon der ein oder andere Politiker geäußert und gesagt, so richtig geil ist die Idee dann doch irgendwie in der aktuellen Situation nicht und heute gab es dann auch nochmal ein Statement aus der Gesundheitsministerkonferenz, wo man sich auch nochmal ganz klar geäußert hat und gesagt hat, sorry, bis zum 31. Oktober erstmal keine Fans. Gleiche Regelung wie mit Großveranstaltungen. Die DFL hat auch heute auf ihrem Twitter-Kanal schon quasi ein Statement dazu gepostet, hat gesagt, dass sie das natürlich akzeptieren werden und der Infektionsschutz steht an allererster Stelle. Dass sie aber auch weiterhin an einem Konzept arbeiten werden, eben für dann quasi die Zeit danach. Ich hatte es vorhin in der Vorrunde schon gesagt, ich habe den strategischen Fehler begangen und habe mir Replies auf diesen Tweet durchgelesen. Das hätte ich definitiv nicht tun sollen. Der geht von, hey, gute Entscheidung und lass uns doch lieber an die Schule denken bis hin zu, die haben doch überhaupt keine Ahnung, die wollen uns doch hier nur irgendwie quälen und die wissen gar nicht, wie wichtig das alles ist. Also ich finde ja Stadion auch wichtig, aber wenn da Menschen, die mehr vielleicht von dem Thema Ahnung haben, sagen so, lass mal lieber bleiben, ist gerade keine geile Idee, dann muss ich das halt auch einfach hinnehmen. Oder? Auf jeden Fall, ja, klar. Es ist schwierig. Also ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, die Politik kann das aktuell gar nicht machen. Wenn du dir anguckst, dass die Infektionszahlen steigen, auch mit den Rückkehrern, tatsächlich brauchen wir auch ein bisschen ein umfassenderes Bild. Denn was ich momentan sehe, ist, dass die Infektionszahlen steigen. Das ist richtig. Ich gucke aber gleichzeitig, schaue mir an, wie sieht es aus bei den Betten und den Intensivbetten. Und da sieht es momentan immer noch ganz in Ordnung aus. Die steigen nicht so, wie die Infektionszahlen steigen. Also ich glaube, da gab es überhaupt gar keinen Anstieg. Bei den Infektionen ist es ja tatsächlich so, auch dass es jetzt nicht so ist, dass jetzt alle komplett irgendwie jetzt großartig krank sind. Trotzdem, es ist doch ganz klar, dass wir jetzt erst mal abwarten müssen, wie läuft der ganze Scheiß jetzt erst mal an mit den Schulen. Und du kannst doch vor den Schulen doch überhaupt nicht sinnvoll sagen, wir machen jetzt ein Stadion. Das wird abzuwarten sein. Und wenn das mit den Schulen jetzt wieder erwarten, super läuft. Was ja doch total möglich ist. Vielleicht haben wir Glück. Und vielleicht ist auch alles nicht so schlimm. Es kommen ja viele Leute Rückkehrer zurück. Und natürlich sind da viele positive, aber natürlich wird auch gerade ein bisschen mehr getestet. Also das eine bedingt ein bisschen das andere. Vielleicht waren auch viele Leute auch davor schon irgendwie infiziert, aber es hat sich halt nicht bemerkbar gemacht. Deswegen wurden die gar nicht getestet. Also wie gesagt, das ist alles gerade ein bisschen mehr. Und wir müssen abwarten. Wir müssen Schritt für Schritt denken. Und der nächste wichtige Schritt ist für unsere Kinder tatsächlich, denn die haben auch mal Bock, ihre Freunde mal wieder zu sehen, regelmäßiger zu sehen, dass da wieder ein Normalbetrieb hergestellt wird. Das ist riskant genug. Und da gibt es ja unterschiedliche Expertenmeinungen. Und ich bin weiß Gott kein Experte, aber ich denke, so eine langsame Öffnung, da muss man sehen, wie es läuft. Und wenn das gut läuft, dann kann ja immer noch mal drüber gesprochen werden. Und unabhängig davon, dass das Konzept der DFL, so wie wir es mal diskutiert haben, ja ein gutes ist. Aber wir müssen abwarten. Und wenn das gut läuft mit den ersten Öffnungen und die Corona-Zahlen auch nicht großartig ansteigen, aktuell kannst du es halt niemandem verkaufen. Es steigt an. Wöchentlich haben wir wieder viel mehr als vor einem Monat noch. Dann kann man das auch nicht verkaufen. Ja, dann machen wir jetzt Stadion auf. Aber wenn es irgendwie sich stabilisiert und gleichzeitig die Krankheitsverläufe mild bleiben, dann kann man doch drüber nachdenken, weil es immer noch was Öffentliches, was Offenes ist im Stadion, und zu sagen, naja, wir machen einen Review-Prozess am 31. August oder am 1. oder Mitte September und gucken dann noch mal. Und dann kann man ja immer noch mal neu bewerten. Dann glaube ich nicht, dass dieses Datum bis 31. Oktober so zwanghaft Bestand hat. Das ist das jetzt erst mal, um erst mal alles abzufehlen. Aber ich glaube, man kann da erneuern tatsächlich. Gehe ich voll mit dir, Marvin. Waren ja auch so ein paar interessante Aussagen. war ja auch Bezug auf die, ich nenne es jetzt mal Forderung, ist der falsche Ausdruck, aber ich glaube, Union Berlin hatte doch vorgeschlagen, wir wollen mit Tests die Leute absichern. Das war ja auch, wurde ja heftigst kritisiert, weil gesagt wurde, ja, Fußball hat überhaupt keine Priorität zum jetzigen Zeitpunkt und Testkapazitäten für Spaßveranstaltungen, dann noch für die Fans sozusagen mit reinzunehmen, die ja immer auch nur, muss man ja auch immer noch mal hier deutlich sagen, es ist eine Momentaufnahme. Wenn jemand getestet wird, kann das in ein paar Minuten, Stunden, wie auch immer schon wieder ganz anders aus in der Test. Also hat sowieso auch Lücken, aber auch so Konzepte, denke ich, und da sind wir uns auch alle einig, es gibt andere wichtigere Bereiche, die einfach diese Testkapazitäten momentan brauchen. Ihr habt es schon angesprochen, Schule und so weiter. Man sieht aber auch, dass wir natürlich hier in Deutschland eine Linie fahren, die europäisch oder international generell nicht gefahren wird. Ich habe heute gerade den Bericht gelesen gehabt, in den Niederlanden gab es doch jetzt was gestern, das Testspiel zwischen Fairnord und Rotterdam mit 3000 Zuschauern. Die versuchen jetzt schon... Also Fairnord, Rotterdam und wem? Fairnord? Fairnord und Sparta, sorry. Ah ja, alles klar. Lokalderby, okay. Ja, genau, Lokalderby, 3000 Zuschauer, war jetzt schon, gibt es jetzt das nächste Testspiel, wird mit 5000 gemacht. Vielleicht haben sie doch auch irgendwie hier Paris oder irgendwas, wo dann auch irgendwie Pokalfinale Zuschauer da waren. Man muss aber auch dazu sagen, der Vollständigkeit halber, in den Niederlanden sind halt auch die Infektionszahlen von der einen Woche auf die andere Woche um 55 Prozent gestiegen. Und da ist dieses Spiel jetzt noch nicht mit drin, sondern das ist ja nur die normalen Lockerungen, die die da vollzogen haben. Also muss man halt auch dagegen sagen. Ich meine, die Länder gehen halt ganz unterschiedlich damit an. Deshalb ich, ja, also ich finde das gut. Ich finde das gut, dass jetzt gesagt wird, momentan ist es nicht verkaufbar. Es muss nur auch die Tür offen bleiben. Es muss weiterhin Diskurs sein, darf nicht sein, ja, jetzt haben wir entschieden und das ist jetzt in Stein gemeißelt. Wir kontrollieren das jetzt nicht nochmal oder wir sind jetzt beratungsresistent. Die Virologen und sowas, alles, was ich jetzt auch dazu noch gelesen hatte, zu dem Bericht, war ja schon so, dass die alle gesagt haben, Stadion, und da haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen, es gehört halt nicht nur der Stadionbesuch dazu, weil dann so immer wieder dieses Thema ist, ja, man wird ja wohl hinbekommen bei 50.000 Fans, dass die Leute drei Meter Abstand im Stadion halten, sondern das Hinkommen, dass wo das keine Traubenbildung ist, dass die Leute nicht danach noch feiern gehen und so weiter und so fort, ist ein Riesenproblem, ist alles nicht so hundertprozentig einfach. Das ist was, was in diesen Diskussionen, wo du immer wieder merkst, das kann die Politik jetzt nicht verkaufen, dass sie sagt, ah ja, klar, so diese offensichtlichen Lücken, die diese ganzen Systeme einfach haben und bei steigenden Infektionszahlen oder Marvin, wie du es sagst, auch schon die letzten Tage immer wieder, zumindest hochstagnierend, ist schwierig. Und dementsprechend warten wir einfach ab. Hier denke ich, ist wirklich ein Punkt angesagt. Momentan ist es nicht verkaufbar, deshalb bitte in die Warteschlange setzen, aber jetzt nicht sagen, ja, wir haben aber jetzt gesagt, der 31. Oktober und vorher nicht und dann reden wir auch nicht mehr vorher drüber, weil es Wichtigeres gibt. Das ist, glaube ich, auch der falsche Weg und ich hoffe auch, dass das nicht so tatsächlich gemacht wird, sondern dass da schon ein Lernprozess dabei ist, auch aus anderen Ländern. Deshalb, es ist zwar komisch, dass jetzt die anderen Länder das anders machen als wir und viele sagen, wenn das doch in Holland gemacht wird, obwohl die Zahlen extrem steigen, warum wird es hier nicht gemacht? Ja, klar, es ist komisch, muss man aber schauen, ob es wirklich auch gut ausgeht. Und wenn die gute Konzepte haben, dann können wir doch wieder davon lernen, können das mit einbinden. Also abwarten, Tee trinken und wir müssen uns, denke ich, aber trotzdem darauf einstellen, dass mit dem, wann wäre denn das erste Wochenende, 18. September? 18. September. Dass wir da höchstwahrscheinlich einfach noch vor leeren Rängen spielen. Das ist, denke ich, schon wahrscheinlich. Ob es dann am Ende anders ist, da freuen wir uns doch alle. Patricia, wie siehst du das? Sind wir da zu hart? Bin ich mittlerweile zu weich? Also keine Ahnung, da stelle ich auch noch Fragen, die ich mir stelle, weil ich halt irgendwie gerade den Diskurs halt suche. Wie siehst du das? Nee, ich sehe das eigentlich, ich finde, ihr habt das eigentlich alles schon so gesagt, wie ich es auch sehe. Es ist halt, ja, man muss halt schauen, dass es weitergeht. Man darf aber halt auch nicht zu unvorsichtig werden. Deswegen, ja, halt schauen, wie die Erfahrungswerte in anderen Bereichen sind, in anderen Ländern, im gleichen Bereich. Ja, ich sehe halt immer noch das Problem mit der Anreise zum Beispiel bei den Stadien. Ja, ja. Weil das Hygienekonzept halt, finde ich, überzeugend soweit. Die Anreise ist halt das Ding, vor allem, wenn dann wieder Winter wird, da fährt halt keiner mit dem Fahrrad ins Stadion oder so. Das heißt, ja, die Leute, die in Autos kommen, sind safe, aber die, die dann die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, muss dann auch schauen, wie das jetzt läuft, auch mit den Schulen, wie läuft das dann mit den Schulbussen. Wenn da irgendwie ein Konzept für gefunden wird, kann man das ja wahrscheinlich auch runterbrechen auf Fußballfans und dann da schauen, wie das funktionieren kann. Also als Vater eines Drittklässers kann ich ja sagen, zumindest an unserer Schule gibt es kein Konzept für den Bus. Die Kinder sollen zwar Maske tragen, aber das wird nicht kontrolliert. Da fährt keine Aufsichtsperson mit, die sind da komplett auf sich alleingestellt. Ja, ist wahrscheinlich auch schwer umzusetzen einfach. Also vor allem auch bei Kindern. Wenn selbst Erwachsene es nicht schaffen, mal eine Maske aufzuziehen für zehn Minuten Busfahrt, dann, ja, keine Ahnung. Aber, ja, da muss man halt schauen, wie das so funktioniert, wie sich das auch entwickelt von den Zahlen her jetzt, was das für Einflüsse hat und dann halt Step by Step immer gucken, was man tun kann und was nicht. Ich finde das angesichts der steigenden Zahlen halt, glaube ich, auch noch vernünftig, dass man da jetzt sagt, okay, wir öffnen da jetzt nichts irgendwie voreilig, weil es halt jetzt auch keine Not hat. Klar, die Vereine würden gern wieder Einnahmen haben, vor allem auch die unteren Klassen. Aber, ja, wenn das jetzt halt gesundheitlich erstmal nicht geht, dann, ja, muss man das. Ich glaube, es ist vernünftig, das jetzt erstmal hinten anzustellen. man muss aber, wie Dennis auch gesagt hat, da halt regelmäßig reinschauen und gucken, wie sich es entwickelt, um da auch wirtschaftlich langsam wieder Fahrt aufzunehmen. Auch für die Vereine ist halt wichtig. Da habe ich aber schon das Gefühl, dass sowohl auf der einen Seite die DFL eben diese Entscheidung zwar akzeptiert, aber die ja trotzdem auch gesagt hat, sie wollen weiter an dem Konzept arbeiten und eben da auch im Gespräch mit den Verantwortlichen bleiben. Dass er jemand ist, der schon auch gewillt ist, im Rahmen des Möglichen und sinnvoll an dem Thema zu arbeiten und ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass die Politik sich dem komplett gegenüberstellt. Das kann sich natürlich jetzt alles nochmal ändern. Wir hatten auch vorhin immer kurz angesprochen, dieses komische 13.000-Menschen-Konzert da in Düsseldorf Anfang September. Wenn das natürlich jetzt quasi zu so einem Superspreader-Event wird, dann sieht die Thematik irgendwie ganz anders aus und nimmt natürlich dann auch allen anderen, die vielleicht anders mit dem Thema noch umgehen würden, dann auch die Möglichkeit jeglichen Diskurses dann einfach auch. Ja, das ist richtig. Aber lass mich nochmal ganz kurz darauf zu sprechen kommen. Ich finde, was die Partizia gesagt hat, ist ja weiterhin Kern des Anstoßes oder Stein des Anstoßes immer noch die Problematik, wie kommst du hin. Das ist ja auch maßgeblich. Das hat ja auch, glaube ich, das wurde ja auch von der Politik dann dementsprechend auch gesagt. Es wäre aktuell nicht dieses Konzept und dass es unmöglich ist, so viele Leute irgendwo hinzubringen sicher. Und das ist auch richtig. Da muss man halt auch wirklich, da muss man überlegen, wie das weiterlaufen kann. Und wenn die Verläufe trotzdem so positiv bleiben, dann gibt es, vielleicht gibt es auch neue Optionen, vielleicht entzerrst du das alles noch. Aber jetzt ist es so vollkommen okay, wenn Spahn halt sagt, naja, aktuell geht es halt nicht. Dann muss man sagen, man kann es nachvollziehen. Weil das Problem ist tatsächlich, Patrizia hat es ja gut gesagt, wahrscheinlich gar nicht mal drin, sondern die Anreise. Und je schwieriger es wird, je kälter es wird, desto problematischer es ist. Aber andererseits, für die kleinen Vereine, du hast eben schon angesprochen, Patrizia, vielleicht gibt es auch für unterklassige Vereine mal andere Regelungen. Also ich wüsste jetzt beispielsweise nicht, warum ein Dorfverein, der 3.000 Fans in sein Stadion bringen könnte, größeres Dorf tatsächlich, vielleicht irgendwie, was weiß ich, 300 Leute reinlassen kann. Also darüber sollte man nachdenken, die haben vielleicht alle keine Anreise, weil die vielleicht nur das Dorf hochlaufen. Ich wollte gerade sagen, da hast du aber, glaube ich, auch unterschiedliche Gegebenheiten von Fans. Wenn man jetzt mal guckt, so dieser, ich nenne es jetzt nicht Dorfverein, aber irgendwie hier so untere Amateur-Ligen-Verein. Kannst du den FSV Frankfurt ruhig ansprechen. Ja, das wollte ich jetzt nicht so sagen, aber was haben die für ein Einzugsgebiet der Fans? Die sind wahrscheinlich alle eher so in dem Stadtregionsbetrieb-Gebiet. Die können relativ einfach und selbst wenn sie öffentliches Verkehrsmittel nutzen müssen, kann man das vielleicht einfacher verteilen und es ist auch ein kürzerer und schneller zu bewältigender Weg. Wenn du dir jetzt anguckst, wo kommen zum Beispiel die Fans der Frankfurter Eintracht hin? Die fahren aus Kassel, Fulda, Marburg hast du nicht gesehen, anderthalb Stunden mit der Bimmelbahn. So, das ist halt auch ein anderes Thema, ob du jetzt irgendwie 200 Leute aus der gegebenen Situation und aus der Region zwei Stunden in so eine Bimmelbahn einsperrst oder ob du sagst, die Fans, die wir ansprechen, sind alle so im Umkreis von anderthalb Kilometern, die können im Zweifelsfall auch zu Fuß. Ja, also das ist halt auch wieder so diese Thematik. Da ist es vielleicht auch einfach in der aktuellen Situation zu wenig differenziert. Vielleicht müsste man da halt wirklich mit dem Konzept gucken, okay, wer hat es jetzt am nötigsten, weil ich tatsächlich auch glaube, dass du gerade bei so großen Vereinen erste, zweite Bundesliga, ich hatte das ja letzte Woche auch schon mal gesagt, wenn du sagst, ey, liebe Fans, wir wissen noch nicht, wann ihr wieder ins Stadion könnt, aber wir würden euch trotzdem anbieten, ihr könnt eure Dauerkarten schon mal kaufen, also sämtliche Dauerkarten der Eintracht sind doch eh schon verkauft, die Kohle hat der Verein ja. Es ist blöd für den Caterer, weil du natürlich nichts im Stadion hast und diese ganzen Zusatzeinnahmen, aber du bist jetzt nicht dadurch Existenz bedroht. Vereine wie der FSV, die vielleicht sehr stark einfach auch darauf angewiesen sind, dass da Zuschauer sind, weil das ein großer Punkt der Einnahmen tatsächlich ist, die haben da ganz anders mit zu knapsen. Das ist ja genauso, wie wir immer auch vorher schon gesprochen haben über die Lockdown-Problematik, die ja am Anfang überregional einfach einmal alles platt machen, jetzt ja hingegangen wurde zu, wo ist ein regionaler Ausbruch, da wird zugemacht, wird hier genauso sein, also es ist definitiv, oder muss eigentlich dann der Weg hier auch sein, dass du es eventuell dann auch in Regionen zulässt, die eben relativ Corona befreit sind, nicht mit anreisenden Fans, nicht in dieser Dimension, wir spielen dann in einem Bundesland Bundesliga und im anderen nicht, das ist damit nicht gemeint, sondern ich meine jetzt eher, wie ihr auch schon sagt, im Amateurbereich, kann ich mir sogar vorstellen, diese DFL-Regelung beziehungsweise diese Entscheidung gilt tatsächlich auch in allen Regelungen nach unten hindurch oder gibt es da nochmal Abstufungen, man kennt es ja, oder ich glaube zumindest, ja, ich glaube fast nicht, ich glaube fast, das gilt nicht überall, also ich kann mir nicht vorstellen, gehe davon aus, also erste, zweite Liga, selbst ab der dritten wird nochmal anders entschieden, weil DFL ist natürlich auch ein Unterschied zu DFB, klar, DFL ist eine erste, zweite Liga, ab DFB ist nochmal eine andere Regelung, die müssen sich ja selber was überlegen, das haben wir ja damals gemerkt, als die dritte Liga auch wieder neu starten sollte, wie gesagt, ich glaube in den unteren Ligen wird es andere Regelungen geben und dann wahrscheinlich auch auf regionale Ebene Unterschiede geben, schätze ich mal, dass in Hessen das dann auch nochmal anders geregelt sein wird. Auch mein Verständnis. Also ich glaube, Entscheidung nachvollziehbar ist natürlich jetzt auch durchaus schade, gerade wie wir gerade eben schon angesprochen haben, wir haben, beginnen mit einem Heimspiel und hätten vielleicht sogar noch diese Chance eines sehr lokalen DFB-Pokalspiels und das erstmal ohne Fans, aber auch das ist, glaube ich, trotzdem eine Entscheidung in der gegebenen Situation, die wir jetzt erstmal so mitgehen können und hoffen, dass dieses ganze Thema dann doch irgendwann ein Ende gefunden hat. Herr Hopp, wenn Sie das hören, Russland hat den Impfstoff raus, warum Sie nicht? Da bin ich auch echt gespannt, wie der ganze Quatsch weitergeht, ne? Naja. Mit hier, mit dem Russland, ja. Ja, das wird auch, das wird auch noch interessant, aber wir sind ja hier glücklicherweise kein Politik- und Auslands-Podcast, sondern wir wollen über die Eintracht reden beziehungsweise wir haben jetzt erfolgreich über die Eintracht gesprochen und müssen jetzt dann über ein anderes Thema sprechen, nämlich über den Dummschwätzer der Woche. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. So, und auch dieses Mal wird uns da wieder das Thema Corona, glaube ich, nicht komplett außen vor lassen, aber erstmal müssen wir auflösen, wer denn in der letzten Woche den Sieg eingefahren hat. Und wir hatten drei Kandidaten und die haben sich wie folgt platziert. Auf dem dritten Platz, der Mann, den wir auch hier im Intro gehört haben, Kalle Rummenigge für seine Alaba-Aussagen. Auf Platz zwei, und das irritiert mich jetzt tatsächlich doch ein bisschen, ist Hoffenheim gelandet für dieses Transfer-Ankündigungs- Video zu Gacinovic und auf Platz eins mit 55,3% der liebe Herr Kind für seine Verbal-Attacke gegen den Herrn Zieder. Okay. Oh, stabil. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch an Herrn Kind und auch herzlichen Glückwunsch an Herrn Zieder. Wenn ich das richtig gelesen habe, ist der ja jetzt irgendwie auf dem Weg Richtung Köln. So sieht es aus. Ich glaube, das ist für alle Seiten ganz gut. Und ich hoffe, der Wettkampf mit ihm und dem Anteilte kann ich mir, also Timo Horn, kann ich mir echt ganz gut vorstellen. Ja, auch wenn Zieder vielleicht, ja, ja, also die haben da echt keine schlechte Sache gemacht. Ich bin mal gespannt, inwiefern das dann wirklich so wird. Ich meine, du hast mit Traun-Robert Zieler, ein ehemaliger Nationaltorhüter, der wird auch nicht alles verlernt haben. Timo Horn war mal ein Top-Torhüter, der mittlerweile auch in den Mittler, ja, wie soll ich sagen, eher zum Mittelmaß tendiert, muss ich sagen. Also vielleicht könnte das für Köln auf der Torhüterposition auf jeden Fall spannend werden. Und es ist ja tatsächlich auch so, Ron-Robert Zieler, auch wenn man ihn immer mit Hannover 96 in Verbindung bringt, seine Jugend, bevor er dann zu Manchester United ging, hat er tatsächlich in Köln verlebt. Also insofern gar nicht schlecht. So, dann müssen wir jetzt reden über aktuelle Dummschwätzer und da haben sowohl die Patricia als auch der Dennis hier was eingetragen und ich würde mal sagen, die Dame darf zuerst. Gerne, gerne. Okay, wunderbar. Also, das geht denke ich auch ganz schnell. Es ist meinerseits Manuel Neuer. Ich glaube, wir wissen alle, worum es geht. Soll ich das nochmal erklären oder? Ja, vielleicht geht den einen oder anderen, der die letzten Wochen so unterm Stein verbracht hat und jetzt noch nicht genau mitbekommen hat, was es war. Okay, dann tut es mir leid, den Frieden jetzt dadurch so ein bisschen zu unterbrechen. Aber Manuel Neuer war im Urlaub in Kroatien und hat dort in einer Gruppe ein kroatisches Lied mitgetrellert. Das Problem war, dass es sich bei dem Lied um ein Heimatlied einer Band gehandelt hat, die als faschistisch eingestuft wird. Also auf deren Konzerten ist es jetzt nicht irgendwie selten, dass dort ein Hitlergruß gezeigt wird oder so. Also schon sehr, sehr rechtsextrem. Und ein Lied dieser Band hat Manuel Neuer eben dort mitgetrellert und hat sich dann längere Zeit nicht dazu geäußert, hat dann den Trainingsauftakt mitgemacht und wurde dazu befragt und meinte dann, jetzt kommt der Dummschwätzer-Moment, mir ist egal, was andere Leute fordern oder dazu sagen und statt sich zu entschuldigen, hat er das jetzt einfach so rausgehauen und meinte dann noch, niemand hat mich hier, also beim FC Bayern drauf angesprochen, eher den Kopf über die Berichterstattung geschüttelt und hat dann quasi das so von sich gewiesen und irgendwie gerechtfertigt, dass das ja alles okay sei und es ist gar kein Problem und man sollte sich nicht dazu äußern müssen, also scheinbar sieht er keinen Grund, eine Stellung dazu zu beziehen und das sagt, finde ich, schon einiges aus, zumal es jetzt wirklich nicht so schwer gewesen wäre, einfach zu sagen, hey, pass auf, keine Ahnung, ich wusste das nicht oder mir war das nicht bewusst, von welcher Band das Lied stammt, ich hab's nicht verstanden, wie auch immer, wäre nicht so schwer gewesen, da einfach zu sagen, hey, sorry, falls sich da jemand auf die Füße getreten fühlt oder falls das jetzt irgendwie nicht so super war, ich verstehe das Problem und werde das in Zukunft unterlassen oder ein bisschen vorsichtiger sein. Wäre einfach gewesen, war es nicht, Manuel Neuer hat gesagt, das ist ihm egal, ja. Für mich hat das Ding zwei Facetten, auf der einen Seite ist es ehrlich von ihm, also man weiß halt jetzt wenigstens, woran man mit Manuel Neuer ist und auf der anderen Seite wundert es mich halt wirklich, dass auch auf der Vereinsseite, aber auch auf Seiten der Nationalmannschaft, weil man muss ja auch sagen, er ist die Nummer eins auch bei der deutschen Nationalmannschaft, was das Thema Tor angeht, auch da keiner mal auf die Idee gekommen ist anscheinend, sonst hätte es ja dieses marketinggerechte Blabla-Statement gegeben, dass da keiner irgendwie eine Intention dran hatte, ihn dazu zu bringen, ein solches Statement irgendwie abzugeben und wir reden ja jetzt nicht davon, dass das jetzt irgendwie ganz überraschend zwei Stunden später war, die hatten ja jetzt vier Wochen Zeit und es hat sich keiner drum bemüht. Es zeigt halt wirklich auch wieder, dass auf dieser Ebene Vereine und auch Nationalen der Elf alle, wir sind gegen Rassismus, dass das halt auch alles von vorne bis hinten nur Marketing scheiße ist. Man ist halt tatsächlich irgendwie jedes Mal aufs Neue überrascht, obwohl das ja jetzt nicht das erste Mal ist, also auch die ganze Özil-Sache, da gab es auch Spieler, die sehr, sehr deutlich geschwiegen haben und da war Manuel Neuer, meine ich, auch mit darunter. Ja, aber sowas von. Deswegen, ja, weiß nicht und abgesehen davon, selbst wenn er jetzt gesagt hätte, ich wusste das nicht, irgendwie habe ich jetzt auch gelesen, er könnte ja wohl recht gut kroatisch, hat er mal gesagt. Deswegen hat er wahrscheinlich schon verstanden, worum es da geht und was er singt, wobei ja auch gesagt wurde, das Lied an sich ist nicht so problematisch, ich weiß es nicht, ich kann kein Kroatisch, ich habe keine Ahnung, aber schon allein der Interpret, weiß nicht, wenn es aus der Ecke kommt, dann sollte man es halt vielleicht auch einfach lassen. Also ich zitiere da mal den geschätzten Podcast-Kollegen Superheld, der im Pulli-Kick da auch eine 30-Minuten-Folge drüber gemacht hat, der an der einen Stelle sagte, Manuel Neuer war beim Mitsingen dieses Lieds erstaunlich textsicher. Ja, es ist, was soll ich sagen, also es ist, also es ist alles ein Haufen Scheiße tatsächlich, muss man sagen und ich glaube, das ist halt auch alles Bullshit mit dieser Halbheit, die er da vollzogen hat. Natürlich ist es halt einfach inkonsequent. Das Ding ist, niemand verlangt von ihm jetzt fünf Jahre Statements, große Ausführungen, warum das ein Problem ist, einfach sagen, ey, ich habe gemerkt, was es jetzt irgendwie hervorgerufen hat und ich habe echt nicht gedacht, dass es das, ich habe nicht drüber nachgedacht, keine Ahnung. Ich glaube ihm beispielsweise auch, dass er das jetzt nicht so mitgesungen hat, völlig inbrünstig und dann irgendwie das alles an diese Textzeilen glaubt und so weiter und so fort. Also die Kirche im Dorf lassen, wie immer die Kirche im Dorf lassen und versuchen, irgendwo einen gemeinsamen Kern zu finden. Dass es aber scheiße ist, dürfte er spätestens mitbekommen haben, nachdem ihm relativ viele eindrücklich gesagt haben, hier Leute, das ist halt einfach Kacke und welche Wirkung es einfach hatte. Hier verweise ich auf ein Statement, ein richtig gutes Statement der Bildungsstätte Anne Frank, die das Thema aufgedröselt hat. In zehn Slides kann man sich mal gerne mal angucken. Ist eine wunderbare Angelegenheit, wunderbar, die ganze Sachverhaltung ist nicht wunderbar, aber es ist wunderbar aufgedröselt, warum das einfach ein bisschen problematisch ist. Spätestens dadurch hätte ich doch einfach irgendwie sagen können, wisst ihr was, ich habe da irgendwie Mist gebaut, das ist scheiße gelaufen und ihr wisst, ihr kennt mich, ich bin da eigentlich, das ist eine stabile Angelegenheit, bin da ein stabiler Typ, wie auch immer. Irgendwie ein kurzes Statement, niemand hätte mehr darüber gesprochen. Die Art und Weise, wie er sich verhält und dann jetzt aber, irgendwie keine Ahnung, sich keiner schuldbewusst ist, aber dann irgendwie den Molli gemacht, wenn andere Sachverhalte passieren, das finde ich halt einfach schwierig. Und Manuel Neuer, da hast du einfach ins Klo gegriffen und deswegen, die Nominierung von mein Dafürhalten absolut zurecht, dass er das besser machen müsste, der ist so alt, der, also so alt als Spieler, schon so lange dabei, das muss er einfach besser wissen. Und es ist ein großer Kampf, auch ein Glaubenskampf tatsächlich für die Leute, die Thompson, der Künstler, um den Künstler, in Anführungsstrichen, um den es geht. Da haben viele Leute eine andere Meinung zu, aber aus unserer Perspektive und gerade mit welchen Argumenten dort gesprochen wird, kann man schon relativ deutlich sagen, dass die Einschätzung, die Patricia vorhin abgeliefert hat, genauso richtig ist. Und dass er sich nicht der ganzen Debatte stellt, sondern einfach nur abwiegelt, ist tatsächlich zu schwach für einen Nationalteurhäter und einen Kapitän des wahrscheinlich größten Bundesliga-Vereins oder deutschen Vereins tatsächlich. Absolut. Vor allem dieses zickige, ja, was andere fordern, ist mir egal. Mir ist doch egal, ob ihr fordert, dass ich mich jetzt dazu äußere. Das ist halt sehr, sehr schwach einfach. Weil, wie gesagt, es wäre nicht so schwer gewesen, da einfach ein passendes Statement dazu rauszuhauen. Selbst wenn es nur so ein Phrasending gewesen wäre, immer noch besser, als das einfach jetzt irgendwie so, ja, ich weiß nicht, weil es halt ein großes Thema ist. Ich weiß nicht, Rassismusvorwürfe finde ich halt, weiß nicht, würde ich jetzt, glaube ich, nicht einfach so auf mir sitzen lassen und dann sagen, mir doch egal, was ihr sagt. Ja, es bringt tatsächlich... Nicht so geil, auch aus meiner Sicht so. Ja. Genau, und es bringt tatsächlich nichts, sich dann mit einem Shirt ablichten zu lassen vor neun Wochen, wo dann Rot gegen Rassismus steht, weil es sich dann schön gut verkauft. So, und das ist halt genau der Punkt. Vor neun Wochen mache ich auf Instagram jetzt hier diese T-Shirt-Aktion und alles schön und gut. Das finde ich super, dass du es machst. Aber das sollte sich schon ein bisschen klarer durchziehen und nicht einfach nur als, ähm, ich mach das und dann will ich Sachen damit verkaufen beziehungsweise mach ich das, weil mein Verein mir das irgendwie angedient hat. Dann muss ich auch irgendwo ne Haltung dazu haben und die hätte er ganz easy formulieren können und gesagt, jo Leute, ich hatte nicht gedacht, dass das so ne Welle schlägt. Ich hatte einfach Party und meine Kollegen haben alle mitgesungen und ich hab keine Ahnung. Jetzt hab ich mich mal informiert und hab gesagt, okay, das ist aber ganz schön scheiße. Aus die Maus. Ding gelaufen. Niemand hätte mehr drüber gesprochen. Zwei Sätze. Ja, soll sich einfach mal ein Beispiel an seinem Kollegen nehmen. Zum Beispiel Goretzka ist nämlich ein sehr stabiler Typ, finde ich, was das angeht. Der setzt sich nämlich auch weiterhin so außerhalb der T-Shirt-Aktion für sowas ein. Ist nicht so schwer auch als Fußballer so ein bisschen was zu tun. Aber, ja, ist jedem seine Sache. Ich fand's halt ein bisschen schwach. Deswegen auch Dummschwätzer-Nominierung. Ja, absolut. Sehr berechtigt. Ich bin mal gespannt, was jetzt in den Kommentaren bei uns passiert, weil ich weiß natürlich um die Dimension, die gerade, diese Situation um Thompson, da gibt's ja sehr, sehr krasse Lager tatsächlich. Da bin ich mal gespannt, was bei YouTube bei uns passiert tatsächlich. Tatsächlich ist das auch so ein Thema. Man schnappt das halt so auf und man kriegt das so eingeordnet. Weiß nicht. Ich will mir da nichts anmaßen. Ich kann, wie gesagt, kein Kroatisch. Ich hab keine Ahnung davon. Aber, ja, das ist ja schon recht eindeutig, wo das alles so eingeordnet wird. Ich glaub, es gibt auch auf Twitter einige Threads. War es nicht sogar vom hessenschau-Kollege, hessenschau.de-Kollege Daniel Majic? Genau, der hat da, glaube ich, einen Thread zu gemacht. Das war ganz, also da hab ich mich so ein bisschen reingelesen und daher hab ich das auch so ein bisschen für mich eingeordnet. Ja. Deswegen da eine Empfehlung, falls man sich da ein bisschen informieren möchte. Auf jeden Fall. Sehr, sehr guter Punkt, denn du sagst gerade, Daniel Majic hat ja auch einen Podcast, in dem er sich genau solchen Themen widmet. Der Baller-Baller-Kahn-Podcast. Der Baller-Baller-Kahn. Oh Mann! Warte mal, jetzt sag ich, warte mal. Also, bin ich jetzt, bin ich jetzt, genau, der Baller-Baller-Baller-Kahn. Nein! Mann! Ich hör jetzt gleich auf. Baller-Baller-Ballern-Ballern-Podcast. Genau, Baller-Baller-Ballern-Podcast. Wow, Marvin, was ist denn mit dir los? Das ist ein langer Arbeitstag jetzt heute schon gewesen. Genau, der Baller-Baller-Ballern-Podcast. Genau da geht's auch um solche Themen. Da wird die Thematik mit Thompson eindeutig auch verhandelt und da bekommt man noch mal. Wen's interessiert, schaut da mal rein und hört mal rein. Mann, 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 ey. Ich verlinke mal den Podcast und dann könnt ihr euch da die passende Folge raussuchen. Also, der Baller-Baller-Ballern-Ballern- ist dann, oder Marvin, du musstest natürlich dann den Sendungstitel noch mal benennen. Das war ja jetzt wunderschön. Wow, ey, das macht mich vollkommen fertig. Ich merke, nichts gegessen, jetzt auch schon ein bisschen spät. Es nimmt ein Ende. Dann lassen wir uns auch mal hier ganz schnell noch den zweiten Kandidaten für den Dummschwätzer der Woche haben. Auch ein schon öfters genannter Mensch in dieser Rubrik, aber diesmal aus einer anderen Richtung. Und Dennis, du hast den aufgeschrieben. Ja, genau. Und noch mal kurz zur Einordnung. Ich denke, das hat aber tatsächlich auch jeder mitbekommen. Thomas Berthold Auftritt bei der Anti-Corona-Demonstration in Stuttgart. Querdenken 711 hat ja da eine wunderbare Rede. Ich glaube, waren es mehr als sechs Minuten, ich weiß es gar nicht, gehalten, in denen er natürlich einige Skurrilitäten ablässt, wo man wirklich sagen muss, wow. Also, bitte hört es euch selbst an. So die Punkte Hygiene und Abstandsregeln sind totaler Quatsch und völlig überzogen, hält er gar nichts von, bis zu überhaupt kein Vertrauen mehr, weniger als null in die deutsche Politik. Er weiß nicht, was er oder seine Partei oder Querdenker-Kollegen hier überhaupt wählen sollen. Also, es sind so viele, so viele Skurrilitäten drin, da könnte man jetzt sehr lange drüber sprechen. Macht euch bitte da selbst mal ein Bild, schaut es euch mal im besten voller Länge an. Es ist, es ist einfach nur skurril, es ist wirklich, Marvin, ich glaube, du hast es gesagt gehabt, Thomas Berthold ist ja schon öfter mal mit seinem Fußballfachverstand, wenn man das so sagen kann, hier auffällig geworden, ja, jetzt spiele er sich als Virologe und mit dem Wunsch, das Schönste ist, er will ja unbedingt zurück zum normalen Leben, das ist eigentlich so sein Tenor gewesen, er will wieder zurück zur Normalität, er will, es ist eine Herzensangelegenheit, um Dinge zu sagen, die mir seit längerem durch den Kopf gehen. Das war so eine Aussage, wo man denkt, ja, kann man voll und ganz verstehen, jeder von uns will wieder zur Normalität zurück, aber, und da fängt es ja schon an, zu sagen, es ist alles überzogen, alle Abstandsregeln, alle Hygienerichtlinien, Masken sind sowieso das Teufelswerk überhaupt. Alter, muss man schon sagen, Leute, bitte, nehmt euch ein Herz, schaut es euch an und macht euch selbst ein Bild. Oder schaut es euch einfach nicht an. Ich kann mal kurz zitieren, das war nämlich auch ein Satz, der von ihm gefallen ist, wo er gesagt hat, er hat 20 Jahre Erfahrung in der Mikrobiologie, weil er als Fußballspieler mal Brucellose hatte, also er war krank und hat deswegen 20 Jahre Erfahrung Mikrobiologie und er hat das überstanden, weil er angstfrei gewesen ist. Ich glaube, er hat auch einiges überstanden, weil er hirnfrei ist. Also das ist richtig, ja, also ich will auch gar nicht so viel dazu sagen, weil ich tagtäglich ja mit diesen Leuten auch konfrontiert werde und ne, ich habe auch vorhin schon dazu gemahnt, dass wir versuchen, zurückkehren, wir müssen dazu zurückkehren, rational Dinge zu betrachten, ne, und wir müssen uns die Falllage anschauen und wir müssen gucken, wie geht es den Leuten, werden mehr Leute krank, sind die Verläufe milde und so weiter und so fort. Wir müssen einfach gucken, dass wir rational und auch ohne uns irgendwie zu zerfleischen irgendwie von dann beziehungsweise miteinander interagieren. Tatsächlich hilft leider aber auch so ein Kommentar von Berthold, der leider halt auch Dinge komplett falsch aufbaut, wirklich einfach nicht, denn du kannst wirklich sagen, ja gut, also niemand, ganz ehrlich, niemand von uns findet Masken jetzt mega geil und läuft damit jetzt Freude strahlen die ganze Zeit rum. Ich glaube, das macht niemand. Wir haben alle, wir haben alle, finden es geiler oder nicht so geil. Ich glaube, jeder findet es irgendwie nicht so geil, aber es ist halt einfach das mildeste Mittel, um momentan einfach für sich und andere zu schützen. Und das ist halt genau der Punkt. Und das Ding ist, mir wird halt viel zu sehr gerade darauf gedrückt, dass ja, von oben und die wollen uns irgendwie verkassemarduggeln und die wollen unsere Freiheit wegnehmen. Nee, es ist einfach, es ist einfach, dass ein Stück Stoff ist gerade dazu da, irgendwie ein bisschen, ein kleines bisschen Solidarität Solidarität mit seinen Mitmenschen herzustellen. Und wenn euch das zu viel ist, dann überlegt mal, ob ihr vielleicht mal darüber nachdenken solltet, vielleicht doch Dinge anders zu machen. Denn, ey, Solidarität, das ist gerade gelebte Solidarität und es tut vielleicht Leuten weh und es fällt schwer, aber es ist trotzdem einfach notwendig und das geringste Mittel, um Infektionszahlen nicht steigen zu lassen, um dann wieder genau das machen zu können, was jeder nämlich machen will. Denn, wenn Berthold da hingeht und sagt, ja, es ist ja so, dass ich mein normales Leben wieder habe, super, dann macht das doch einfach so, wir tragen alle Masken und ganz ehrlich, ihr müsst doch nicht die ganze Zeit Masken tragen, vielleicht habt ihr das falsch verstanden, aber wenn ihr jetzt einfach in der Freiheit rumlauft, im Park, da muss keiner Masken tragen. Es ist nur zum fucking einkaufen. Es ist nur, wenn ihr jetzt gerade irgendwo im Krankenhaus seid, in geschlossenen Räumen, könnt ihr nachlesen, alles nicht so wild. Wo man die Abstände nicht einhalten kann, genau. Ohne Scheiß, wenn ihr vorher bei YouTube, wenn ihr abends bei YouTube seid oder bei YouPorn und euch da Videos anschaut, braucht ihr keine Masken tragen. So, da gibt es ein Taschentuch und das reicht auch. Also, liebe Leute, ihr müsst echt klarkommen. Ja, und dann einfach, und wenn Berthold selber diesen Zustand will, der Normalität, dann kann ich ihn herstellen, dann kann er dafür sorgen und dann ist alles halb so wild. Und das Problem, was ich mit Berthold tatsächlich habe, ist, dass er, dass er Schreckenskonstrukte inszeniert, die es tatsächlich nicht gibt und dann halt, ja, mit unserer Politik. Alter, du Brudi, ey, geh mal ganz kurz, mal Reality-Check für alle Berthold-Jünger hier. Berthold kassiert, glaube ich, seit den 90ern kassiert er Invaliden-Rente, weil er sich irgendwie bei seinem Tennis-Spielen mal irgendeinen Arm ausgekugelt hat. Da bekommt er von dem Staat, den er so kritisiert, hier schön Invaliden-Rente und das ist halt auch kein Schlechtverdiener gewesen, Bundesliga-Spieler, Nationalspieler. Tatsächlich ist das derjenige, der jetzt euch euch was weiß verkaufen will, der euch jetzt hier was verkaufen will, von wegen, er ist jetzt der Wahrheitserzähler, derjenige, der sich komplett unvorbereitet in jede fucking Sendung setzt und sagt, ne, ich hab jetzt aber die Sendung eigentlich nicht, ich hab nicht gesehen das Spiel, über das ich sprechen muss, also müssen wir die Themen anders setzen. So, das ist genau dieser Typ, das ist dieser Typ, der sich nicht auf seinen eigenen Job vorbereitet und dem meint er jetzt Glauben schenken zu können. I don't know, anders so schur, überlegt euch das, ob das so smart ist, sich auf so Leute zu verlassen, die sich nicht auf das vorbereitet haben, für das sie bezahlt werden. Ja, sehr guter Punkt, Marvin. Und auch nochmal, um da hinzugehen, Normalität, von der er spricht, die Masken oder diese Regelungen, die es gibt, führen ja überhaupt dazu, dass wieder ein bisschen Normalität da wäre, denn die Alternative wäre, wir dürfen alle gar nicht raus, wir müssen alle zu Hause sitzen, wir dürfen wirklich überhaupt keine abstandsgefährdenden Regionen eindringen, die ja durch eine Maske dann, ja, das ist ja eigentlich der Punkt, wo es so ein bisschen, wo wir wieder zur Normalität zurückgekommen sind, wer an die Anfangszeit denkt, wo wirklich alles niedergeprügelt wurde, wo wirklich alles eingestampft wurde, wir sind doch auf einem guten Weg und dementsprechend, es ist wirklich grauenvoll, dass Leute, und da Marvin, das ist genau der Punkt, es wird ungeprüft, wird noch einer draufgesetzt, wird noch im Endeffekt noch mehr Hektik verbreitet, weil das ist ja genau der Punkt, dass hier mit überhaupt keinem Maß noch mal oder irgendwas vorbereitet oder dass man das Gefühl hat, oh, der ist gut informiert, ja, stimmt, das ist eine These, da könnte man mitgehen, das ist ein guter Punkt, das ist alles so Phrasenscheißdreck, den er irgendwo gehört hat und einfach ungefiltert rausbläst und das aber verkauft, als wäre es genau das Richtige und super und geil und genau das, was jeder hören will. Finde ich auch super schade, weil an sich Thomas Berthold jetzt nicht der schlechteste Fußballer war, aber gut, wie gesagt, ist halt so und muss man... Man muss auch zur Wahrheit sagen, dass er als Experte vorher auch schon immer eher so unteres Niveau war. Deswegen sage ich ja, er war nie derjenige, der sich auf Sendung vorbereitet hat, inwiefern man dann als Experte gelten kann, arm nachschuhe. Egal, wir reden schon wieder viel zu lange darüber, tatsächlich habe ich das Gefühl, man muss sich aufregen, das ist ja Domschmerzen der Woche, aber ich glaube, wir haben auch jetzt eine elitäre Mischung jetzt hier. Schenken wir doch mal die zwei Kandidaten ins Rennen. Also ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dürft an dieser Stelle entscheiden, wer für euch der größere Dummschwätzer der Woche ist, Manuel Neuer oder Thomas Berthold. Ich persönlich habe einen Favoriten, den nenne ich euch jetzt aber hier nicht. Ich bin mal gespannt, wie eure Abstimmung dann verläuft bis zur nächsten Sendung. Und weil wir euch natürlich jetzt nicht jetzt hier mit sowas ganz Blödem in den Abend, in den Tag, in den Morgen, was auch immer, entlassen wollen, müssen wir ein bisschen gute Stimmung schaffen und haben dafür eine gute Tat der Woche und da feiern wir jetzt mal den Jingle ab. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles zu Hause und unserer Familie in unserem Umfeld, in unserem Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Wir sind anständige Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander Respekt vor ihm gehen müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. So, und da haben wir auch dann eben eine gute Tat der Woche. Marvin, die hattest du rausgesucht. Möchtest du dazu was sagen? Nee, erzähl du. Gut, dann erzähle ich. Also, ich glaube, wir hatten sie auch schon an der einen oder anderen Stelle hier mal erwähnt und zwar die Freunde von Schimilia Leipzig haben mal wieder was für ihre Fans getan. In dem Fall ganz konkret einen Spendenaufruf für die kleine Lotti. Jetzt muss ich gerade einmal nachgucken, wie alt Lotti ist. Ich habe was von acht Monaten im Kopf. Genau, achter Lebensmonat, also noch sehr, sehr jung, ist schon schwer an Krebs erkrankt und hat das eigentlich auch in erster Instanz irgendwie alles ganz gut mit Chemo, Knochenmarkspende und sonstigen Sachen geschafft und ich glaube, da waren auch dann alle froh, vor allem die Eltern, als es so aussah, man hätte es überstanden und ja, wie das manchmal so ist, life is a bitch, Rückschlag, wieder ein Tumor und ja, solche Behandlungen sind extrem teuer und deswegen unterstützt Chemie Leipzig hier den Spendenaufruf dieser sehr jungen Fanin und ja, wir fanden das eine gute Aktion, wir verlinken euch den Twitter-Post, da findet ihr sowohl den Link auf PayPal als auch nochmal, wenn ihr das nachlesen wollt, den Link auf die Seite von Chemie Leipzig beziehungsweise eben auf die Aktionsseite ja und ich glaube, das ist etwas, wo man durchaus mal intensiv drüber nachdenken sollte, dort was zu spenden. Ich finde es mega, also danke, dass du es so gut zusammengefasst hast, weil wir so gut jetzt im Lied zusammenfassen können, aber ich finde, die Aktionen und Chemie ist da tatsächlich ja sowieso auch immer wieder bemüht, auch ihre Fans wieder mit rein ins Boot zu nehmen und dann auch bei solchen Aktionen stabil zu bleiben, also ich freue mich und ich hoffe, dass da ein bisschen was zusammenkommt, finde ich eine super Aktion. auf jeden Fall, drück mir die Daumen, wir verlinken euch das und da würde ich sagen, mit dieser guten Tat und diesem Aufruf können wir jetzt entspannt in den Feierabend reiten, oder? Mega auf jeden Fall. Jo. Genau, dann sagen wir, du bist ja noch da. Ja, ich bin noch da. Lebt noch. Alles klar. Dann danken wir euch erneut fürs Zuhören. Wir freuen uns jetzt schon auf die vielen Kommentare, Feedback auf jeglichen Plattformen. Ja, und von daher entlassen wir euch jetzt in die noch fußballfreie Zeit und wir werden uns zu gegebener Art Zeit wieder melden. Wir behalten das jetzt auch so ein bisschen im Auge, wie viel bei der Eintracht sich jetzt gerade tut und dementsprechend werden wir vielleicht auch unseren Sendungsrhythmus jetzt noch ein bisschen variieren, aber ihr könnt euch auf jeden Fall drauf verlassen, sobald es wieder besprechenswerte Dinge gibt oder hier weitere Dummschwätzer wie Pilze aus dem Boden schießen, dann sind wir da, um darüber zu reden. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.